Okay, meine Puzzles, ich habe kurz Stream ausgemacht. Du musst mich ein bisschen näher an dein Gesicht halten. Oh, jetzt kommt natürlich die Rettung vorbei. Okay, das ist übrigens eine japanische Rettung. So, warte mal. Okay, so hört sie mich wieder. So, sorry. Also jetzt, es sollte hier besser sein. Könnt, wenn ihr mich jetzt... Sag jetzt mal, hallo, hallo. Hallo, also ich sehe im Moment, die letzte Nacht war vom Pixelposten. Ohne. Keine Ahnung, ob die noch aktuell ist. Ich zeige einfach mal kurz. Ich glaube, der Delay ist. Wir droppen wieder. Ah, wohl, wir gehen wieder hoch. Wir schwanken. Aber in die schreibt keiner. Und ich weiß nicht, ob das jetzt... Also wenn das wieder wirklich 25 Sekunden Delay sind. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Delay. Aber es lädt auch sehr langsam wegen des WLANs. Also es muss nicht heißen, dass wir jetzt gerade auch... Naja, ich habe... Oh, hallo. Hört ihr mich jetzt? Bin ich jetzt wieder da? Okay. Hallo, ihr Hübschen. Ich weiß nicht, wie der Delay ist. Also ich habe jetzt in der Verbindung... Da hinten war Scheiße, da ist besser. Hier sollte... Auf der Straße soll es ganz okay sein. Da hinten... Wir waren so in der Seitenstraße. Vielleicht war es da ein bisschen Scheiße. Gut. Hallo, ihr Süßen. Ich weiß nicht, wie viele wir sind. Ich weiß nicht. Ich sehe euch da. Ich sehe die Fuchs. Ich sehe den BB Games. Danke für einen Zapf. Das habe ich auch gesehen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, das sehe ich auch. So. Ganz kurz. Es läuft jetzt gut? Ich weiß nicht, wie es läuft. Danke, du Hübscher, zurück. Ach, da haben wir es doch. Mechalister, da haben wir mit der Käsepizza. Ganz kurz. Soll ich wieder klatschen? Wenn die Noah klatscht, dann schreibt sie jetzt. Damit wir wissen, wie viel... Aber nicht stabil ist es auch generell. Ja, stopp. Läuft gut. Läuft super. Läuft super? Echt krass. Okay. Dann, ganz kurz. Wenn die Noah klatscht, dann... Okay. Schreibt sie jetzt, wenn ihr klatscht, jetzt schreiben. Wenn ihr es gehört habt. Okay, das ist eigentlich... Hä? Das ist ja fast real time. Ja, easy time. Ja, okay. Wir sind in Japan, sind wir gerade. Es ist bei uns... Wie ist es? 20.44 Uhr. Watt, ich habe hier auch Activity Feed. Ich sehe die ganzen Subs. Ich habe... Danke, by the way, Little Lunas, Evil Blacky, BB Games, schönes Sub. Ich sehe alles. Okay, das war richtig schnell. Eyla. Also, wir sind gerade in Akihabara. Weil ich... Das kennt wahrscheinlich eh keiner, weil ihr kennt alle Tokio. Aber das ist... Ja, aber ihr kennt das. Aber Akihabara ist so... Da gibt es viele Läden. Und da gibt es viele so Automaten, wo man Figuren gewinnen kann. Und ich dachte mir, da können wir vielleicht hingehen. Und wir müssen... Wir wollten da drin filmen. Und das ist so mit so einem Greifarm. Und da gibt es super viele. Und wir haben auch schon ein paar Figuren geholt. Aber zu wenig. Und jetzt haben wir uns gedacht, jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen rum, gehen in so Läden rein. Und dann... Nur eine Sache... In Japan... Die wollen nie, dass man filmt. Die wollen das nicht so. Also, wenn... Die gehen immer alle... Das ist irgendwie komisch. Du bist mitten in der Hauptstadt. Tausend Leute drumherum. Aber irgendwie, wenn ein Foto gemacht wird, da ist... Da ist das große Aufsehen. Und deswegen... Können wir nicht so oft die Leute drauf filmen. Und müssen alles so ein bisschen geheim machen. Und deswegen ist auch in Geschäften immer ein bisschen tricky zu filmen. Manche mögen das nicht. Wir haben uns ein bisschen erkundigt. Manche ist gar kein Problem. Aber was sie alle nicht wollen, ist, wenn du denen ins Gesicht filmst. Das mögen die gar nicht. So. Das ist auch recht spontan. Ich kann auch ganz kurz nicht sagen, ob die Verbindung abreißt. Das kann sein. Also es kann sein, dass dann auf einmal die Verbindung wieder weg ist. Weil ich habe keine... Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Da haben wir uns jetzt kurz gesehen. Ich kann euch... Ey, okay. Wir haben hier so... Also von der Steffi, die... Ich bin... Also es sollte gehen. Ich zeige euch ein bisschen, wie es aussieht. Und wir sind alle leise im Melli. Passt. Warte, ich... Ganz kurz. Ich habe auch hier... Tragen... Ich sehe diese... Ich habe... Tragen in Italien danke für 11... 11 Monate. Lady Kadelke danke für 19 Monate. Und BB Games danke für 23 Monate. Vielen Dank für die Subs. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Okay. Ja, genau. Ich zeige euch mal meine Sicht. Ich zeige euch mal meine Sicht. Was ist... Ey, Hase, schön, dass ihr da seid. Ich bin in Togel. Wie spielt es gerade bei euch? Hä? Ihr seid ja noch im Pyjama. Ich weiß es doch. Wie... 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 Wie ist es? Ich kann auch den Chat lesen bei dem. Und da sehe ich doch... Wer liegt noch im Bett? Ich komme... Ich... So weit könnte es gar nicht weg sein, dass ich nicht vorbeikomme und euch aufrüttel. So. Äh, was für Pyjama bin ich arbeiten. Ich bin aber brav. Brav. Ja, wenn ich die Küche muss, dann muss ich auch immer was zu messen lassen. Ich zeige euch mal ganz kurz. Meine... Ey, ganz... Ich kann still auf... So gelbe Westen hinter mich aber angekürbt, dass ich jetzt verhaftet werde. Seit 35 Uhr auf den Beinen. Pixelpony, brav. Sehr brav. Oh, keine Ahnung, danke für die Zapps. Oh, Gottes Willen. Äh, danke. Äh, hier, äh. Ähm, wer war'n das? Äh, danke, Methmothic, danke fürs... Warte mal. Die... Wir hatten jetzt abgegiftet. Äh, Drangitania. Äh, werden jetzt irgendwer... Die gefeilt hat... Die gefeilt hat gifte Zapps. Die gefeilt hat gifte Zapps. Vielen Dank für gifte Zapps. Dankeschön für... Danke schön, meine Hübsche. Vielen Dank. Dankeschön. So, by the way. Ich darf auch vorstellen, die Noah ist auch dabei. Und die Steffi ist auch dabei. Und die Steffi ist eine Freundin von der Noah. Und die Noah ist meine Freundin. Hä, was? Nicht von dir. Und von mir natürlich auch. Und die Noah ist meine Freundin. Und, ja, das auch. So, hallo Steffi, schau die, wie die alle das schreiben. Schau mal, wie süß. Hallo. Huh, Mädels, ich bin großer Fan von Steffi. Das war Klopsi, hat das geschrieben. Ja, also, so. So, gut. Okay, dann, ich zeige euch mal kurz meine Sicht. Irgendwann wird das Handy übergeben an jemand anderen. Weil ich muss ja in die Automaten spielen. So, ich zeige euch mal kurz meine Sicht. So, ich zeige euch mal ganz kurz meine Sicht. Da, da sind wir gerade. Das ist Akihabara. Und da kann man sehr viel einkaufen gehen. Hier kann man sehr, hier, also wenn man zu viel Geld hat, ey, nicht lange ist alles weg. Also, das ist meine Sicht so ein bisschen. Ich zeige euch mal. Wie viele Leute hier sind. Wie, aber wenn man ganz ehrlich so ein bisschen schaut in der Szenerie, ist es ein bisschen wie Duisburg. Wenn das so, weißt du was ich meine? Im richtigen Winkel. Genau. Und das ist, und da wollen wir reingehen. In GIGO wollen wir reingehen. Und, äh, und ja, auf jeden Fall, äh, ja, das ist, wie gesagt, wir sind, wir sind mitten in Tokio. Also, mitten in Japan. Tax-Free gibt's auch. Du kannst nämlich, wenn du Figuren kaufst, musst du keine, äh, keine Steuern zahlen. Das wird da abgerechnet, äh, weil du Ausländer bist. Und, äh, und du musst aber, wenn du einen gewissen Betrag über... Hört jetzt auf zu lachen da. Und wenn du einen gewissen Betrag drüber, dann musst du aber die, ähm, Zoll zahlen. Ja, so, wollte ich nur mal sagen, da steht nämlich hier überall. Äh, was gibt's noch zu erzählen? Warte schon auf, wir waren schon im Pokémon-Store. Die Pokémon-Stores, die sind aber alle recht ähnlich, oder? Aber man muss sagen, wir sind jetzt größtend. Wir sind auch nicht die größten Pokémon-Fans. Wie viel geht darunter? Ähm, achso, naja, Steuer halt. Also, ich glaub, bei einer Figur, die so seht, 10%. Genau. Wir haben hier Steuer für 10%. Genau, 10%. Ja, 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 also, warte mal, ich muss nur kurz... Hier, da, Show-Event. Black Forest, danke für 36 Monate, vielen Dank. So, das Jahr ist auch voll, ey, Black Forest. Dankeschön für die Treue. Siehst du, wenn was passiert? Ja, du siehst hier, Show-Activity-Feed. Und da siehst du, dass was Neues ist, oder was? Vielleicht, wenn die... Klingt wie... Aber auf Irgendwie wird's gleich sagen, dann steht... Ich sehe so ein orangener Punkt. Ah, super. Und wenn das passiert, dann weißt du, oh, da ist was passiert. Ja, das ist okay. So, Show-Dinator, hallo. So, also, schön, dass ihr da sitzt. Ey, ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel wir gerade sind. Ich weiß auch nicht, wie lang's gehen wird. Habt ihr schon ein Mitbringsel für alle im Chat? Regie-Post, die fangen wir hier jetzt. Da gehen wir jetzt rein. Ich will ne Figur holen. Ich will ne Figur holen. Also, es gibt diese Greifautomaten. Da müssen wir aber gleich undercover rein. Da müssen wir gleich... Ich hoffe, dass da die Verbindung nicht drin abreißt. Sollte passen. Was bekommt der Chat? Ja, das... Was wir mal drin fangen. So. Ne. Wir müssen... Also, ich... Gutes Entertainment. Gutes Entertainment kriegt der Chat. Das ist es. Und... Drei hübsche Leute. So. Für mich ein Pokémon-Plüschi. So, warte mal. Ähm... Okay. Aber du kannst einfach auf Show-Activity-Feed und dann kannst du durchs tun, was passiert ist. Da sind die Zabs. So. Und schau, du siehst, da ist der gelbe Punkt bei Show-Chat. Jetzt der... Der Schuh-Dinator. Der Schuh-Dinator. Der Schuh-Dinator hat den Schuh-Dinator ein giftes Zabs geschenkt. Oh. Ne, siehst du da? Ey, da... Äh... Mechimin? Dankeschön. Dankeschön, Frieden, lieben Dank. Da haben wir's. So. Also, Fails von Kapuze. Gutes Entertainment. Ich hau dich gleich um. Ähm... So, danke nochmal für die Zabs. Vielen Dank. Ähm... Gibt... Gibt's irgendwelche Fragen? Oder wollt ihr irgendwas... Wollt ihr irgendwas fragen? Ich meine, ihr könnt ja unten das fragen. Wir stehen ja so da. Gibt's irgendwas? Wollt ihr uns was Nettes mitteilen? Ähm... Ihr könnt alles fragen. Das ist so klein. Was? Ja, muss halt... Oh, die Noah... Oh, jetzt kommt ja die Biker-Gang. Äh... Kannst du ein Schild vorlesen. Highlights bis jetzt. Hat er sich gut benommen auf dem Flug, Fakt der Stroh. Nee. Hä? Aber er hat den Fensterplatz bekommen. Ich hab den Fensterplatz bekommen. Ja, weil ich halt auch der Bravere bin. Aber du hast dann längere Zeit, als du pennen wolltest, da hab ich dann gesagt, komm rüber. Ja, aber das waren halt zwei von 14 Stunden. Oh, das gibt's auch überall. Schaut's mal. Das sind so Mario Kart-Dinger. Oh, sorry, ich wollte eigentlich aus dem Weg. Schaut's ja, das sind so Mario Kart-Dinger. Und da kann man so Mario Kart fahren hier. Und da braucht man mal einen Führerschein. Und ich hab keinen, deswegen fahre ich da nicht. Finde ich aber auch ein bisschen wild in einem Kart auf einer Hauptstraße im Linksverkehr in Japan. Ja, ja, ja. Das gibt's hier überall. Also diese Mario Kart-Dinger siehst du überall. Mit welcher Airline? Japan Airlines. Und das war so gut. Die ist super. Die ist wirklich... Es gab ständig Schnacks. Aber es ist so kalt. Es ist wirklich... Wie viel Grad hat's? 6 Grad oder so? Es ist richtig kalt in Tokio. Meine Hand friert ein. Also meine Hand ist... Die friert ein. Hallo. Hey, Misan-Trop. Bleibt ihr nur in Tokio oder geht ihr in andere Präfekturen, zu anderen Orten? Fragst du mich das? Du kannst ja auch antworten. Wir machen in Tokio Ausflüge. Auch ein bisschen... Ja. An Rand von Tokio. Aber wir bleiben in Tokio. Genau. Wir bleiben nur in Tokio wahrscheinlich. Weil wir sind ja nur noch bis nächste Woche Sonntag dort. Nächstes Mal mehr... Mehr... Trash. Ey, schau mal. Klar, warte, wer da ist. Gelber Name. Gelber Name. Ah ja. So. Bei uns sind es gerade 8 Grad, aber Sonnenschein. Bei uns nicht. Bei uns nicht. Aber heute war Sonnenschein. Heute war Sonnenschein. Stimmt. Ja, genau, genau, genau. Wohnt die Steffi da? Wenn ja, konnte sie noch gut Deutsch. Gute Frage, Steffi. Ja. Im Herzen bin ich auch nicht Japanerin. Die Steffi ist Japanerin. Man sieht es noch nicht. Ne, die ist einfach mitgeflogen. Also die ist eine Freundin von der Noah. Und wir haben die gefragt, ey komm mit. Und dann hat sie gesagt, okay, ich komm. Und jetzt ist sie auch da. Ich wurde zweimal in Japan erkannt. Ja. Zweimal gestern mit McDonalds. Das war sehr, sehr, ja. Und einmal hier. Stimmt, und einmal hier. Das war ja auch in Japan. In Duisburg kennen mich keiner. Ich komm nach Japan zweimal. So. Wir können, können wir dann, also soll man dann langsam rein? Oder was sagt ihr? Ja, da Kaktus. Stimmt, Kaktus bin ich auch bald. Ja, ich hab auch nicht gedacht, dass mich da wer erkennt. So. Wollen wir, wenn ich, wollen wir? Oder wollt ihr uns noch fragen? Ich hab ein bisschen Angst, weil hier echt viele Leute gerade sind. Ich kann euch ja aus unserer Sicht mal kurz zeigen. Ähm, schaut mal her. Da sind ja, also, ich mein, es geht, ne? Aber wir müssen da ein bisschen an der Kamera rein. Und wir müssen, ihr müsst nach guten Figuren Ausschau halten. Also, wenn ihr was jetzt, ey, das ist gut. Ey, was ist da für eine Biker gegen die ganze Zeit? Ähm, ihr müsst da, äh, wir müssen irgendwo rein und müssen sagen, oh geil, die holen wir uns, ja? So ein Spiel kostet circa 100 Yen. Das ist, wie viel ist 100 Yen, Noah? 100 Yen ist so 80 Cent, 60 Cent, 70 Cent? Eher so 65 Cent. 65 Cent, ein Spiel. Aber viele kosten auch 200 Yen. Und ein paar Spiele kosten 200 Yen, da sind krassere Figuren drin. So. Das geht. Also, Japan ist wirklich aktuell sehr, sehr günstig. So. Ich würde gerne eine Final Fantasy 7-Figur. Ey, kein Problem, wir machen... Ne, das Witzige ist, wir haben überhaupt keinen Platz mehr. Also, es wird schon knapp und wir müssen alle Figuren auspacken und irgendwie... ...Wäsche drumherum. Also, wir haben... Also, wenn mein Papa mir wollen, würde, dass ich was mitnehmen, dann geht's nur um eine Postkarte. Weil wir haben keinen Platz mehr. Wenn jemand gerade Japan-Urlaub macht und auf Platz im Koffer hat... Also, ja, wir haben schon überlegt, ein Paket zu schicken, weil... Ah, ich glaube, wir kriegen's. Ja. Aber wenn jemand Platz im Koffer hat. Wenn jemand Platz im Koffer hat. Weil du darfst... Ja, weil du musst... Weil verschicken... Wenn ich dir was verschicken würde, wo eine Figur reinkommt, dann würde das 100 Yen kosten. Allein der Versand, ja, dann kann ich gleich in Deutschland kaufen. So, ähm, die Noah hat gestern, äh, von Naruto eine Sakura-Figur gekauft. Ja. Noah, möchtest du sagen, um wieviel Euro? Umgerechnet. Drei. Die Noah hat eine Sakura-Figur von Naruto um drei Euro gekauft. Drei Euro. Also, die Sachen sind wirklich günstig. Also, du musst nur Glück haben. Das war aber schon der Schreffer des Urlaubs. Wir haben uns drauf geeinigt. Ich hab' den besten Deal gemacht. Also, ich hab' eine Figur gekauft. Von Jujutsu Kaisen. Äh, Gojo, wer den kennt. Und diese Figur kostet, ich glaube, zwischen 4 und 500 Euro. Ich hab' sie hier um 93 Euro bekommen. Du musst wirklich Glück haben und dann... Kommst mit nem guten Schnapper raus. Aber... Du musst halt Glück haben. Also, es ist wirklich... Es ist irrsinnig günstig. Und das Problem ist nicht der Preis hier, sondern die Größe des Koffers. Das... Äh... Da zurückfährt er auch. Ihr braucht noch einen zusätzlichen Koffer. Wie gesagt, wir haben 4 Koffer. Aber ich hab' noch potenziell für ein Handgepäck. Wir haben potenziell... Also, wir... Sie fährt einen Tag früher. Ne, zwei Tage früher. Und wir... Sie nimmt vielleicht unsere Sachen auch schon mit. Weil wir... Wir müssen wirklich... Äh, wir müssen... Nein, aber nicht. Wir müssen... Ey, bei mir kommt... Ich hab' meinen Rucksack hier, da kommt alles rein. Also, kommt auch viele Sachen rein. Also, es wird... Es wird eine sehr knappe Kiste. Aber ja. Ja. Wart ihr Sushi essen? Noah. Ich will noch. Wir... Wir wollen noch. Also, haben wir noch nicht gemacht. Keiner hier isst Fisch. Die beiden isst Fisch. Ich mag auch kein Fisch. Ja. Ja. Koffer hier. Ja. Ich mag Sukuna. Ich mag auch Sukuna und Goto. Best Character. Ähm. Ja. Wir können dann da rein... Sollen wir dann schon reingehen? Oder? Ja. Vielleicht filmst du erstmal. Einfach. Es gibt halt... Es gibt halt so viele geile Sachen. Also, Sushi kennt man halt. Aber es gibt halt so viele gute Sachen hier zum Essen. Dass... Ich finde das Sushi immer so untergeht. Also, wir werden es noch essen. Aber es gibt halt so viele Sachen. Da denkst du doch nicht... Ich finde ja jeden Tag Rahmen essen. Ja. Weil Rahmen halt nice sind. Also, ich würde Rahmen gegen Sushi all day tauschen. Ja. Weil du keinen Fisch magst. Ja. Genau. So. Ich... 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 Also... 200 Euro in Yen... Boah. Was ist denn das? Kann das vielleicht umrechnen? Zwischen 30 und 40.000. Zwischen 30 und 40.000. Zwischen 30.000. Zwischen 30.000. Ein bisschen mehr als 30.000. So sagen wir gerade. So. Danke. Und... Forrest. Tokyo Forest. Hier eine Anzahlung für das Merchpaket oder für lecker Sushi. Danke für 10 Euro. Vielen Dank. Dankeschön. Danke dir. Herr Forrest. Tokyo Forest. Ich... Ich sage jetzt immer. Domo... Domo arigato gozaimasu. Da... Man gewöhnt sich so seine drei Wörter schon an. Vielen Dank Forrest. Dankeschön. Oh. Danke dir. Ähm... Ey Herr Forrest. Ich habe irgendwo... Ich glaube hier oben soll es irgendwo stehen. Ähm... Tiriaki Minnespieße. Äh... Die... 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 Die essen alle so viel frittierte Sachen hier. Die essen alle so viel frittiertes. Und ich kann es nicht mal sehen, weil wirklich alles frittiert ist. Ähm... Danke Ihnen für den Trader für 59 Monate. Dankeschön. Hallo meine Zersüßen. Viel Spaß zu tun euch. Wir sind aber dreißig. Vielen Dank. Dankeschön. Es waren auch nur Steppi und ich gemeint. Seid du nicht, ich werde nicht gemeint. Das war schon lustig. Schau, die finden nämlich alle lustig. Ich finde es alle doof. So. Ähm... Ja wir können... Ey... Ich zeige euch mal. Wie gesagt... Wo wir rein wollen, da gibt es gute Sachen. Aber ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. Da steht nirgendwo am Eingang keine Kamera. Da steht nämlich manchmal. Aber hier steht es nicht. Aber... Auf jeden Fall so, dass wir offensichtlich keine Leute filmen. Genau. Wir müssen also... Wir müssen so filmen, dass wir offensichtlich keine Leute filmen. Also wir dürfen keine Leute filmen. Das wollen die alle nicht. Ähm... Und ja. Aber wir... Wir gehen jetzt rein. Die Operation Figuren. Beginnt jetzt. Ich meine da sind auch direkt Mitarbeitende. Vielleicht fliegen wir auch sofort. Ja ich finde da sind auch Mitarbeitende. Es könnte sein, dass wir direkt rausfliegen. Da müssen wir in die Nächsten reingehen. So. Du sollst keine Leute filmen. Sonst geht es. Aber manche Läden wollen auch nicht das mal filmen. Also... Wir haben gar nicht gestreamt. Wir haben einfach nur gefilmt. Wir filmen doch einfach nur Noahs Gesicht. Ja... Das... Das kannst du nicht erklären. Weißt du was ich meine? So... Die... Wir reden auch nicht so gern mit Leuten so. Ich bin immer so... Ich sag so... Oh und... Welche Rahmen sind am besten? Und die Leute... Die wollen alle nicht so wirklich reden. Ja... Wir haben... Kennst du ja Manikineko? Manikineko. Manikineko. Kennst du diese Glückskatze? Wir waren heute an dem Ort, an dem Ursprungsort von dieser Katze. War man heute und ich habe so eine Figur mitgenommen. Ja, Josarin. Hier geht's. Wir haben drinnen Speedtest gemacht. Da hinten war scheiße. Hier geht's. In Japan ist es super abhängig mit dem Internet. Wo du gerade stehst. Ah ja stimmt. Hier. Und... So eine Glückskatze haben wir mitgenommen. So eine kleine. Also ich habe eine größere. Und eine kleine noch mittlere. Ja genau. Wir haben so noch klein noch groß. Und das sind diese Glückskatze. Die bringen Glück... Was soll die? Erfolg und... Reichtum. Reichtum. Geld und Erfolg. Soll die bringen. Das One Piece. Das One Piece. Vielleicht finden wir das heute da drinnen. Ein Greifautomaten. Ja. Aber die sind... Ich habe auch eine Originale von dort. Das ist cool. Ja. Soll ich... Ich weiß nicht, ob es so cool ist mein Gesicht zu sehen. Ich glaube die Leute... Die Leute wollen eher wahrscheinlich den Hintergrund sehen. Und sehen immer mein Gesicht. Warte mal. Ich zeige euch... So. Also. Wir gehen da jetzt rein. Genau. Wir gehen da jetzt rein. Wenn das so ist... Das sind meine kleinen Tabsfüßchen. Die dann so reingehen werden. So. Also wir gehen jetzt rein. Ich werde die Kamera auf Brusthöhe halten. Ganz unauffällig. Wir gehen da rein. Werden bissl Figuren. Und neigen sie bisschen nach unten. Genau. Neigen sie bisschen nach unten. Neigen sie bisschen nach unten. Filmen keine Leute. Keine Menschen. Ja. So. Und by the way... Mit Chat. Ja. Ähm... Hier äh... Chat... Also ganz kurz. Ähm... Sams... Donation... Witzel... Wird trotzdem alles vorgelesen. Ähm... Vielleicht nur zwei Sekunden später. Vielleicht nur zwei Sekunden später. Aber nur damit ihr wisst. Und sich keiner denkt... Ah! Hat er mich nicht vorgelesen. Ne? So. Da liegt Müll. Stimmt, da liegt Müll. Das ist eigentlich sehr untypisch. Da liegt eigentlich relativ viel Müll. Für... Das ist, weil die Deutschen zuschauen. Okay. Stimmt. Okay. Dann... Sollen wir rein? Warte mal. Ja. Und schreib, wenn es leckt. Genau. Ähm... Du siehst eh... Also ganz kurz auch noch mal. Oben. Da ist die... 2700. Ab wann leckt es? Und 2700 ist gut. Ähm... 2000 wird auch noch gehen. Je weiter es droppt, ist scheiße. Ja, ja. Also 500 ist abgebrochen. 2000 wäre gut, wenn es bleibt. Aber das kann man halt nicht... Soll ich einfach nur mal selber schauen? Ey komm. Ich geh jetzt einfach so... Halt die Kamera erstmal selber und probieren. Boah. Traf zu lassen. Okay. So, wir gehen jetzt rein. Meine Butzels. So. Ähm... Okay. Also da gibt es ein paar Figuren. Ist das noch live? Ja, ja. Bin noch live. Da gibt es ein paar Figuren. Also da... Das sind diese... Und das sind diese... Und das... Ah ja, das sind diese... Zorro, den kennt ihr alle. Das ist so ne... Dings. Und mit diesen Greifarmen... Muss man die... Darunter. So ein bisschen so... So ein bisschen... So ein bisschen... Da muss man die da so ein bisschen runter. Und die müssen dann da durchfliegen. Und hier in diesen Automaten bezahlt man. Und ein Spiel... Da kostet ein Spiel 200 Yen. Und dann kannst du mit den Automaten... Aber du gewinnst halt nicht beim ersten Mal. Ne? Also du musst halt... 5, 6, 10 Mal spielen... Ich glaube wenn es ganz schnell geht... Wirst du so mit 6... Ja, wenn du schnell bist... 5, 6, 7 Mal... Ja... So... Und... Aber das Ding ist... Wenn du da ein bisschen rumschiebst... Dann kommen immer wieder Mitarbeiter... Und die machen den Kasten auf... Und legen die wieder zurück die Schweine. Deswegen muss man sich immer eine suchen... Wo vielleicht schon ein bisschen wer gespielt hat... Und noch kein Mitarbeiter da war... Dann weiß man... So... Genau... Also... Dann gehen wir weiter... Ah ja... Schau... Da... Wer raucht von euch? Ja... Ey... Und die haben so viele Nackte... Hier passt es vielleicht auch... Ach... Da sieht man... Die ist doch dick bekleidet... Also wirklich... So laufen die halt schon in der Mittelschule rum... So... Die sind sehr cool... Die Figuren... Die sind ultra cool... Die... Ja... Aber wie gesagt... Ein Spiel 200 Yen... Das ist noch teuer... Die sind immer so angezogen... Ich weiß ja... Die Bettina... Ja... Da... Ich würde gerne zu Ehren von Akira Torame... Dass sie gestorben... Eine Dragon Ball Figur holen... Oh... Sup... Ja... Danke... Hirsch... Hirschkopfgetränk... Ich scheiße mich an... Du bist ja schon ewig dabei... Danke für 65 Monate... Und danke... Hilfisch wieder für 59... So... Ähm... Ich muss ein bisschen unauffälliger moderieren... Ja... Ich muss ein bisschen unauffälliger moderieren... Ja... Stimmt... Ähm... Soll ich vielleicht das Kabel aus... Meinerdings nehmen... Weil das so ein bisschen... Sehr auffällig dann ausschaut... Ja... Komm... Zieh mal das Kabel raus Noah... So... Okay... Kannst du mir geben... Ja... Ja... Was hängt da an der Powerbank... Gib's ja da ran... So... Okay... Ah ja... Genau... Ähm... Der ist cool... Weil der hat so eine Base... Seht ihr das? Der hat so eine... So eine Basis... So... Je kleiner desto leichter natürlich... Ja... Ja... Genau... Je kleiner desto leichter... Ja... Okay... Wir gehen mal ein bisschen weiter... Ähm... Hm... Ich muss aufpassen... Da war gerade ein Mitarbeiter... Hm... Warten... Warten... Noah soll ich vielleicht... Das ist ein Mitarbeiter... Ach... Das geht ja... Soll ich riskieren? Okay... Ich geh einfach so... Ich geh einfach durch... Ah... Da ist ne Drachenfrucht... Noah... Schau mal... Oh... Die leuchtet... Da ist ne Drachenfrucht... Die leuchtet... Ah... Ich möchte eine haben... Das ist ne Lampe... Ja... Das ist ne cool... Und das... Die... Die Steffi ist so... Garten auf Banban... Die Steffi change die Geld schon... Die hat... Ich glaube... Die Steffi change... Die Steffi change... Die Steffi change die Geld schon... Da schenkt man das... Das Geld... Komm... Oh... Das heißt... By the way... Sorry... Sorry... Die Steffi ist hier schon... Sorry... Achso... Du willst... Okay... Na komm... Nicht... Ah... Der Andere... Na gut dann... Der Andere... Okay... Hier... Es gibt auch so kleine Figuren... Gibt's auch... Oh... Oh... Schau mal... Der Jet... Oh... Der ist ganz allein... Oh... Ich fühl mich ein bisschen kriminell... Ach... Das ist der Jet... Das ist der Jet... Ah... Das ist auch der Jet... Ah... Das sind nur die Leute, die... Die sagen... Ich bin zu alt... Das sind die... So... Äh... Oh... Ja... Das ist ne... 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 Cool, diese Kura-Figur... Ja... Die ist aber genauso wie der... Wie der... Wie der... Wie der... Wie der... Äh... Wie der... Wie der... Äh... Die Größe... Du bist doch alt... Mei... Ich komm gleich durch ein Bild im Buch... So... Ähm... Ja... Die... Die ist cool... Na... Die ist auch cool... Ja... Es gibt noch einen zweiten Stock... Es gibt mehrere Stockwerke... So... Okay... Das ist hier... Für... Black Forest... Das nehm ich dir mit... So... Dann... Die ist auch lieb... Einfach alles holen... Versuch mal einmal... Einmal einen Gogeta... Ne... Die sind ja alle in derselben Schwierigkeit... Ich bin jetzt nicht der größte Dragonball Fan... Ne... Hier ist ein großer Wal... So... Da sind Kleine... Da sind Kleine... Die Kleinen gehen leicht... Die Kleinen gehen leicht... Aber... Die Kleinen gehen leicht... Ja... Die gehen leicht... Ach so... Hat der einen Kack auf meinem Kopf? Hehehe... So... Ich will den Wal... Wie schön das... Oh... Oh... Der Popo... Ah... Ich kenn mich da nicht aus... Sind das alles... Blümse Dörfern nicht... Ach so... Ja... Oh... Den kennt ihr doch, Chat... Den hier... Den kannst du doch reinschieben... Oh Gott... Hä... Den? Sollen wir den klein nehmen? Oh... Der ist ja ultra easy, oder? Also der ist ja... Ähm... Poppy Playtime... Also der müsste eigentlich gehen... Was sagen wir? Der ist geschenkt... Ja... Er kostet trotzdem 100 Yen... Und hier ist noch so Plastik... Ja hier ist so Plastik... Genau... Ja... Ja... Ich bin gewonnen... Also wir sind nicht die kompletten Anfänger... Okay... Versuch's... Patsi... Meine hübsche Begelze... Rosa und Negiri... Ich sag jetzt mal... Hallo auch... Bla Cakes... Big Block... So... Okay... Film mal... Film mal kurz... Oh Gott... Danke... Oh... Ich... Ich habe hier... Ey... 100 Yen... 100 Yen... Okay... Drück zumindest die Daumen... Warte mal... So... Ähm... Den grünen... Den grünen... Okay... Ist halt nicht der blaue... Aber was soll's... Es gibt... Ja... Okay... Der grüne ist kein blauer... Scheiße... Jetzt habe ich ein bisschen Angst... Okay... Einfach... Einfach so, oder? So... 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 Ja... Aber ich... Ich glaube es ist egal wie... Soll ich so machen? Okay... Oh... 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 Wir gehen rein... Wir gehen rein... Wir gehen rein... Oh... Da... Da... Hier... Komm... Der ist da... Der ist da... Der ist da... Ja... Da ist er... Da ist er... Der ist er... Ja... Ihr habt sicher... Ihr habt sicher mich... Ihr habt sicher mich geglaubt... Ja... Das ist... Wovor ihr euch merken... Haben die Leute... Was haben die Leute gesagt? Ja... Die sind ja begeistert... Die Hütte... Standing Ovations... Die Menge Flipped Out... Die Hütte... Die Hütte... Die Hütte... Wo soll ich... So... Ähm... Wo gebe ich den jetzt hin? Nicht das Apfel... Ja... Nicht das Apfel... Ich gebe... Soll ich ihn einpacken? Pack ihn ein... Das ist unser erstes... Das war aber nur der Anfang... So... Wir... Aber... Wie... Okay... Wir rechnen zusammen... Das sind 200 Yen... Bis jetzt... Ja... Was ist das? 1,30... 200 Yen... 200 Yen... In circa 1,30... Findet ihr das viel? 1,30 für den... Ich glaube nicht... Der ist weich... Der ist weich... Ja... 1,30... Gute Qualität... Was sagen die Leute... Alle freuen sich... Der Laden wird leergeräumt... Der Laden wird leergeräumt... Jawoll... Ne... Aber... Aber 1,30 geht, oder? Ja... Kann die Leute auch? Okay... Ähm... Jo... Passt... Dann... Geh mal weiter... Danke... 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 Fast geschenkt... Ist günstig... So... Sie hat gesagt... Da war noch ein Sub... Da war noch ein Sub... Ja... Du kannst ja draufdrücken... Ja... Ich hab keine Ahnung... Kuschelfoßel... 39 Monate... Schau mal... Wenn du... Schau mal her... Also du kannst hier... Show Chat... Perfekt... Ich werde noch ein Profi... Du... Ich weiß... Du bist doch schon... Ich hab ja schon den Filmwerk eingestellt... Also... Das stimmt... Du hast geholt... Wir können... Wir können auch... Wir gehen... Wir gehen... Chapter 2... Chapter 2... Die haben wir auch schon gezogen... Das war unser erster Gewinn... Die haben wir... Um... Wie viel... 15... 15 Versuche... 1.000... 1.500 Yen... Circa 12 Euro... Voll okay... Okay... Ich muss ein bisschen... Die Boden filmen... So... Ah... Warte... Ich muss kurz ein bisschen... Die Boden filmen... Weil die Leute... Sollen wir nicht filmen... Und das müssen wir respektieren... So... Was haben wir da... So... Ah... Ah... Da haben wir die... So... Warte mal... Was haben wir da... Ah... Ja... Genau... Ja... Es geht... Und das Ding ist... Man denkt immer... Oh... Die rutscht ja gleich runter... Aber es ist eine Finte... Da dürft ihr nicht drauf reinfallen... Oh... Internet wird... Ja... Geht... Das Ding ist... Ja... 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 Achso... Okay... Ja... Der... Man glaubt immer... Die gehen... Oh... 1.800... Ja... 2.000... Wir gehen wieder hoch... Okay... Danke... Pavi-Chenny für 8 Monate... Man kann immer noch filmen... Genau... Ne... Geht wieder hoch... Okay... So... Äh... Dann... Wo können wir hingehen? Wo... Ken-Shin... Haikyuu... Me-Chi-Min... Äh... Immer wenn wir an einem Anime-Boy vorbeikommen... Dann sagt Michi... Oh... Das ist der Me-Chi-Min... Natürlich... Das schaut ja raus wie ein Anime-Boy... So... Ähm... Ha... Die Fuchsi... Ha... Ha... Trash-Plop... Ha... Ha... So... Ha... 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 Ah... Wart mal... Wer ist... Wer liegt... Epplet-Lover... So... So... Epplet-Lover... 10 Euro... Dankeschön... Damit kannst Du den Chat auch was kaufen... Ich mach den... Ich hab mir auch schon überlegt... Okay... Chat... Ich verlos den... Ich verlos den... Ich verlos den an einen von euch... Ich weiß noch nicht wie... Aber ich verlos den... Der ist für euch... Aber erst wenn wir wieder zuhause sind... Erst wenn wir wieder zuhause sind... Jaja... Aber ich verlos den für euch... Wir sind doch hier zuhause... Ja... Wir sind doch schon zuhause... Ich verlos den... Ja genau... Okay... 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 Das ist nun... Und eine Autogrammkarte gibt auch dazu... Ich hab ein paar daheim... Ich hab so viele von der Gamescom noch... Ey... Ich... Ich geb auch drei rein... Oh... Spikes Family... Aber wie soll man die... Muss man den Ring greifen? Ja man muss den Ring greifen... Ja das ist ja unmöglich... Wie soll es das machen? Ja... Aber da sind einige ja raus... Oder... Oder wollen die das... Das fucking Gaze... Danke für so Monate... Dankeschön... Vielen Dank... Wer? Das fucking Gaze... Auf der Gamescom... Ja... Hallo... Ich... Ich... Ja... Okay... Müssen... Müssen... Bisschen... Oh... Kleine Agnes... Ja... Ja... Die könnte... Ja... Okay... Oh... Die sind aber cool... Die sind... Warte... Die sind... Die sind cool... Oh... Oh... Das sind... Das sind doch 90% von euch gerade... Ha? Jetzt sagt's aber ehrlich... Das sind doch gerade 90% von euch alle... Ihr Stinker... Ich weiß doch... Ja... Ich glaube... Akku geht's... Akku 83%... Ja... Das sind doch... Das ist doch... Oh... Die hätte ich einfach schon gern... Ich sag was ist... Ja... Die hätte ich schon gern... Ne... Die hätte ich schon gern... Oh... Ja... Aber... Weil... Weil das Ding ist... Viele Figuren haben so eine hässliche Base... Ne... Die ist einfach nur so ein schwarzer Fleck... Und die hat so ein... Schöne Base... Ne... Und das ist immer so was für mich... Immer die Figur unterscheidet... So dieses... Wo das einfach der Ständer schön ist... Aber... Oder... Oder so ein schwarzer Ding ist... Ja... Die muss man sehr weit rüber ziehen... Weil die... Wie gesagt... Die muss ja da durchpassen... Ja... Ah... Ah... Okay... Wir gehen... Gibt's vielleicht irgendwo eine... Wo schon... Der Anfang getan worden ist... Wo man sich dann nur reinschummeln muss... Oh... Hier... Oh... Das ist auch gefährlich... Das ist... Ultra gefährlich... Ihr seht ihr das... Und ihr denkt... Das ist einfach... Und du musst das mit dieser Kralle... Darunter... Und schaut mal wie weit das... Das sieht aus... Ich kann auch nie jemanden... Bei so einem Ding was gewinnen... Ja... Aber du brauchst super viel Versuche... Du musst das so runterschieben... Das sieht aus... Als wäre das leicht... Aber das ist... Ultraschwer... Man denkt immer so... Oh... Die hängt doch schon... Aber die hängen das gleich so auf... Das ist beide... Oh... Die... Die finde ich so cool... Die... Das ist von... Hier... Demenslayer... Den kann man nicht so gesehen... Aber man denkt immer... Das ist leicht... Aber das ist gar nicht so leicht... Oh... Das ist doch gut zu kreisen... Du... Du wolltest sie haben... Gell... Die... Die Steffi möchte diese Figur haben... Sollen wir's probieren? Steffi, sollen wir's probieren? Ja... Sollen wir's probieren? Oh... Das ist aber eins... Das ist schon viel... Aber geht das? Weil die Packung ist klein... Ich hab's auch gesagt... Und du musst ja trotzdem... Du musst ja weiter... Sollen wir's machen? Chat... Sollen wir's machen? Für... Das sind... Also das... Ein Spiel sind circa über einen Euro... Oder wie viel? Aber weißt du... Wovor ich... Was ich die Sorge hab bei dem? Hä? Wenn du's rüber ziehst... Die ist so weit hinten noch... Und wenn du sie dann nach vorne kippst... Ich frag den Chat... Das die hier schräg ist... Weil die... Die... Die ist nicht groß... Du musst die nicht weit schieben... Hm... So... Hm... Ja... Schauen wir noch... Aber vielleicht... Wir können die wieder zurück... Genau... Wir schauen nur mal um... Weil man... Wie gesagt... Manchmal ist es halt geil... Wenn da schon eine... Hm? Ja die... Schau... Die ist größer... Siehst du... Die passt schwerer durch... Aber die kleinen... Die sind leichter... Ne? Kann man eigentlich... Lund es sich mehr... Figuren zu erspielen... Oder zu kaufen... Du kannst schon Glück haben... Oder nur? Also... Ich glaub... Du solltest nicht... Figuren spielen... Die du nicht... Auch kaufen würdest... Weil du gibst schon... Geld aus... Und du kannst natürlich... Super verkacken... Du kannst ultra verkacken... Aber Michi hat gestern... Eine in 6 Zügen bekommen... Ich hab eine in 6 Zügen bekommen... Ich hab Glück... Das ist bisschen Glücksspiel auch... Du kannst 20... Du kannst hier locker... So um die umgerechnet... 30 Euro ausgeben... Für eine Figur... Und dann kannst du es im Laden... Die Mahne eigentlich kaufen... Aber du kannst auch Glück haben... Das ist wirklich sehr random... 200 Yen ist 1,24... Ja, weil beim ersten Mal klappt es nicht... Das kannst du vergessen... Das klappt nicht beim ersten Mal... Du schiebst mit dem Kran... Schiebst du die... Ein Stückchen rüber... Und du musst es... Du musst es mindestens... 5, 6, 7 Mal machen... Die haben wir im Laden... Schon für 1500 Yen... Und die haben wir... Die haben wir im Laden... Für 1500 Yen gesehen... Und kommen wir damit hin... 1500 Yen... Weißt du... Super kritisch... Ja... Winterliches... Danke für 7 Monate... Dankeschön... Ja... Das ist halt das... Ich glaube man muss eher... Die für 100 Yen... Ja... Man muss eher die für 100 Yen... Weil 200 Yen für ein Spiel ist schon viel... Aber wir können ja noch ein bisschen schauen... Bringen 100 Yen mit... Das ist ein neuer Anime... Der ist super beliebt... Frieren heißt der... Und den lieben alle gerade... Und frieren machen wir auch... Und frieren machen wir auch... Es ist so kalt... Hey... Schon die Naht... Mein Schatz... Ein Spiel kann man ja machen... Solange es keine Sucht wird... Da sind wir... Vorbei... Ne... Warte... Wir gehen mal die Treppe hoch... Wir gehen mal die Treppe hoch... So... Ist das nicht okay? Internet ist okay... Internet ist super... Da sind mehrere Figuren... Wem haben wir da? Ah... Ja... Shudinator... Ja... Und... Rosa Onigiri... Ja... So... Und... Ja... So... Und da denkt man immer... Ah... Easy, easy, easy... Aber ist gar nicht so schwer... Es geht nicht so schwer... Also... Ist gar nicht so leicht... Sorry... So... Ah... Ah... Es ist so weit... Aber... Oh Gott... Aber nix... Oh... Schau mal wie knapp das ist... Nix... Also ich mein die sitzt nackt... Ah na... Das ist ein bisschen weird jetzt... Aber die ist halt nackt... Die ist halt nackt... Die Aquacu Cloud Girls... Oh... Chat Connection lost... Ähm... Warte... Okay... Geht wieder hoch... Geht wieder hoch... Genau, ok, 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 geht wieder, ja, entschuldigen, ich war kurz, kurz weg, ich sollte, ich jobbe wieder, hier ist schlecht, ok, hier dürfen wir nicht stehen, hier geht es runter, nur an den, hier dürfen wir nicht stehen, hier dürfen wir nicht stehen, wir müssen hier bleiben, ja, natürlich, ja, hier ist, hier oben ist nicht, ok, wir können auch nach oben probieren, wir können auch nach oben probieren, ok, sorry, da war irgendwie Funkloch, es ist so, manchmal gibt es, wir sind wirklich nicht weit, wir standen da hinten und dann war Internet wieder weg, ich gehe jetzt mal darüber, ich hoffe, dass Internet gut ist, so, Internet ist gut, Internet ist gut, Internet ist gut, Internet ist, Internet ist gut, 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 da ist Scheiße, ich darf da nicht hingehen, vielleicht darüber, danke mrs caroline für 20 monate dankeschön okay ich gehe mal hier lang ich gehe mal hier lang wir droppen wieder ja ich schau gerade ob das internet hier gut ist aber wir droppen in den in der im jahr wir sind 1700 wir gehen wieder hoch okay wir probieren sie etwas sagt sie hört sie uns geht alles oder ist alles oder ist nicht gut kurzes feedback geben bitte um tragen und eigentlich alle masken ich trage auch immer maske also ich habe angst von corona der restweise nicht wir droppen wir droppen wir müssen runter wir haben kirurgen schlechte verbindung hat wir gehen da runter ok wir müssen runter wir können um nicht bleiben wegen von wegen ok 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 ja darum war schlecht da müssen wir wieder runter das ist man immer so komisch ich mache kurz meine innenkamera also wo die gatschautomaten sein ok 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 hallo ich hoffe internet ist da wieder gut so drop ein bisschen aber es nicht viel es geht glaube ich ok hallo chat seid ihr wieder da seid ihr noch da war es ganz weg ja vorhin war es ganz weg glaube ich ok so hier unten ist besser ja da müssen wir okay sommer das jetzt probieren nee oder die kaufen lieber gar aber ich finde für den chat ist ja lustig wenn wir es machen also für den chat ist halt irgendwie glaube ich ganz witzig hätte ich jetzt gesagt dass das ganz witzig ist aber wir können auch eine andere probieren naja wollen wir noch vorne schon ok wir gehen anderen lang daher also wir haben ja alles gilt wir müssen ein bisschen langsam gehen so ok das war gerne hallo ich gehe da runter jetzt so und die hätte ich auch so gern die liebe ich so gut dann wir gehen wieder raus so sind wir da ok hallo meli man öppel hallo big block was soll ich soll ich noch mal ein paar was soll ich euch ein pommes gewinnen oder nugget was wollte haben bist du bei gigow holen bist du denn bist du der der besitzer oder woher kennst du den ok also wir haben jetzt pommes oder nugget oder fisch oder tintenfisch ist das das ist ein pommes natürlich ich kann auch mehrere pommes kriegen pommes irgendwie geiler kommen noch macht pommes ich muss aber ich langsam ich habe immer viel gehen muss langsam geld wechseln ja aber da reichen doch 100 ok so ja ok wir was was soll man wechseln lassen dass die kriegen wir schon weg zumindest auch noch beim rest ja aber ich habe ich habe ich habe nur fünf da sind die pommes ich habe ich kann ich kann tausend warte kannst du kurz machen so nugget hey kommen wir haben noch pommes vielleicht kann ich ein paar mehr pommes holen ich bin rausgetappt ich bin gerade rausgetappt sag nochmal ganz kurz irgendwer was sind alle da ok gut ja wir müssen geld wechseln ok soll ich jetzt kurz schon mal ok ok ich bin gut rausgetappt kurio danke für zehn monate dankeschön und hier gibt es hinten fisch ok das ist alles was wir haben das sind circa 1000 jen also ok das sind das sind 1000 jen das sind circa 7 euro ich gebe das dann noch ich merke ich wie viel ich da schulde merkt damit wir euch als cooles kaufen ok wir holen jetzt mal pommes ich hoffe es klappt jetzt hol mal wo soll ich hier greifen oder dahinten lieber hier links gell hier so ok jetzt gibt es pommes den taten hat doch hunger schon mittag ok ich greif richtig rein oh nein das war ja ich komm ich krieg aber ein paar habt ihr das gesehen oder war es ne es war ne der krieg komm der krieg doch der war nicht so erfolgreich ja es tut mir leid was die leute find's lustig da ist aber echt tolle sachen zu verlosen ok wie war das jetzt 400 jen insgesamt das war das seite das war es auf jeden fall wert also 400 jen insgesamt jetzt bis heute ja okay hast du gerade an der pommes gerochen ok was sagst du zum preis ok 200 ist wieder top fast mehrere ui soll ich nochmal ok ich will auch mal ok dann macht nur noch ein meinst du ich krieg noch eine pommes du musst ein paar pommes kriegen ok 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 nur jetzt gehen wir probieren wir gehen rein komm hol mal pommes aber links ja das aber sehr weit aus aber mach du wie du glaubst hör auf dein herz hey litla nein hallo auch nur nur wissen das ewige schande über uns zu bringen was war das jetzt für ein move die fuchs schreibt auf möchte nur sagen soll ich nochmal oder ok wir holen was guteres wir gehen jetzt weiter meine putzels wir können auch noch mal reingehen also vielleicht gibt es ja noch wir gehen noch eine letzte runde vielleicht hat irgendwer uns was gutes gezogen oder schon ein bisschen vorwärts geleistet und dann schlagen wir zu wie die wie beim kleinen eichhörnchen so wir schauen mal kurz ne ne nix schade zuerst die oh warte mal äh samoyato danke fürs ganze jahr ey sag ich kann nicht so ich lese es immer nach nicht böse sind danke fürs ganze jahr samoyato mein schatz vielen dank was ist da die pommes ich weiß nicht wo da ist mein pommes wir sammeln die preise ja genau genau wir sammeln die preise ja gut so eine große margotfigur sie macht sie doch warm wer ist lederlein wer ist lederlein lederlein wer ist lederlein danke fürs erste monat vielen dank ok pokémon gesehen na gut da gibt es leider nix wer ist die denn wer ist die denn ah hier wie auf der gamescom die maymay ne das ist die maymay aber wer ist das denn kenn ich nicht ok wir gehen mal weiter oder kommen wir machen das jetzt so wie wenn jetzt irgendein influenza einen zeitungsartikel kriegt muss man die kennen ich bin auf mich so gut dann wir gehen weiter im internet ist super wir gehen da gibt es tausend läden komm wir gehen in den nächsten laden rein also hier sollten wir nicht rein da durften wir nicht mal filmen da haben wir gewonnen da haben wir gewonnen beste Laden haben wir gewonnen, aber du durfst mir nicht filmen. Steht das drauf noch? Ne, keine Ahnung, aber der hat uns ja beim Film auch schon gesagt. Also ich glaube... Steffi, kannst du fragen vielleicht? Steht nicht. Aber wir sollten ja... Ja, aber... War das nicht auf der anderen Seite? Wir dürfen hier nicht filmen. Ich filme jetzt nur gerade von unten. Die Steffi möchte gerne köpfen. Die Steffi möchte gerne einen Körbi haben. So, wir... Ähm... Das sind Körbys. Die Steffi ist ein großer Körbi-Fan. Ein Katzenbos. Ah... Und... Das ist der Chat am Abend im Bettchen. Schau, wie süßer Satz. Okay. Dann, ähm... Wo geht man hin? Gibt's hier was? Ja, also... Wir können's ja probieren, wenn man rauskommt, wenn man rauskommt. So. Ich grüße... Aber da gab's nicht... Aber das war nicht die Seite... Oder waren wir da oben? Nein, der war da oben. Der war da oben. Und... Ich sag, komm mal... Komm, Mama. Hey, komm, Mama. Komm, Mama. Komm, Mama. Komm, Mama. Komm, Mama. Ich mein, er hat es gesehen. Das ist... Und Connection, lass zurück. Okay. 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 In manchen Läden ist es scheiße. Ich weiß jetzt nicht, ob es oben besser wäre. Hier. Ich mein, da ist noch dieser große, ne? Dieses Game Panic. Wo ist das? Oh! Ja, wir gehen rüber. Wir gehen... Okay, Chad. Entschuldigen. Äh, ich seh, wenn die... Wenn sie nicht raus ist, dann müsst ihr mir einfach nur ein paar Sekunden geben, dann renne ich wieder raus und dann sehe ich sie, wenn sie nicht weg ist. Es kommt ja eh auch relativ schnell wieder, hm? Oh, da sind... Ja, da stehen überall immer diese so Mädels und die wollen immer, äh, also Ausländer uns wollen es nicht, aber immer so anderen Leuten, ja, ja, man darf die nicht filmen, also sowieso, ne? Okay, ich filme jetzt nur mich. Aber ich bin ja auch fast ein hübsches Mädchen. Ich bin auch ein hübsches Mädchen. Dann solltest du dich auch mal in so ein Mädel. Ich sollte mich in ein Mädkostüm schmeißen. Aber man muss dazu sagen, es sind halt 6 Grad und die stehen im kurzen Röckchen. Es sind 6 Grad und die stehen alle im kurzen Röckchen. Alle. Das ist unglaublich. Ich habe noch nie so viele Frauen im Röcken gesehen bei 6 Grad. Die stehen... Die stehen nur... Oh ja, rüber. Okay. Ich zeige euch mal kurz unsere Perspektive. Also, es... So viel... So viele Leute gehen da im Röcken rum und Röcke, Röcke und hohe Stiefel. Das ist der heiße Trend in Japan. Die gibt... Röcke und hohe Stiefel. Wirklich... 90% aller Frauen Röcke und hohe Stiefel. Das ist... Das ist... Es ist sehr hübsch, aber sehr... Es ist sehr hübsch, aber sehr... Ja. Das würde auch hier den Suffelpups... Ich hoffe, es ist ein R. Sonst ist immer komisch. Sehr gut stehen. Aber sehr gut. Ich weiß gar nicht. Suffelpups ist ein R? Okay. Da können wir auch rein. Warte, da steht noch ein Schild. Wir nennen die Schild rein. Können wir... Ah ja, hier. Warte, da ist ein Schild. Wir schauen mal kurz... Wo geht da? Oh, danke, Lederlein. Vielen lieben Dank. So was... Hä? Hier steht... Also hier steht... Wir haben gedacht, ob vielleicht hier steht... Dann gehen wir in den Game Panic rein. Genau. Wir gehen in den Game Panic rein. Okay, wir sind drin. Ah! Ah! Das ist schön vom Decker. Ach so! Okay. Also... Andere Leute nicht, aber uns selber, ja. Dann machen wir das. Andere filmen ich eh nicht. Okay. Internet ist auch okay. Internet ist auch okay. Da. Die Noah möchte einen Folgeheim. Aber den kann man eh nicht. Der steht nicht zur Auswahl. Aber ich hätte gerne einen. Würde mir auch stehen. Okay. Dann... Äh... Wir schauen mal, wo es etwas krasses gibt. Wir wollen ja... Ich will eine gerne Figur heute haben. Ich würde gerne eine coole Figur haben. Die sind süß. So. Hab ich... Hm? Oh, ja. Die sind auch süß. Schau mal. Die sind auch süß. Die sind echt... Die sind voll hübsch. Aber... Ja. Hallo. Saminola und Balou. So. Warte mal. Immer noch Plateau angesagt. Äh, ja, ja. Haben viele, haben viele. Für den Chat. Ähm. Schönen, danke für 17 Monate. Dankeschön. Und Bumper, danke für den Follow. Vielen Dank. So. Was denn? Für den Chat? Oh, ich hab was... Darf ich was Schönes für den Chat? Ja. Da wird jetzt aber schön aufpassen. Chat schaut jetzt ja ganz genau hin. Da wird aber was Schönes, hm? So'n kleinen Tobi, hm? Also, da haben wir doch was. Oder es könnte aber auch ein kleines Baby sein. Also, ist auch okay, ne? Kleines Baby auch. So, ich muss hier irgendwie... Ich fülle mein Gesicht. Ich fülle mein Gesicht. Ich fülle mein Gesicht. Mache mir Gutes zu essen. Eben will ich. Und die, die Noah möchte einen großen Birdie haben. Ja. Das ist ja kein Problem. Wenn wir den jetzt gewinnen würden, würde ich einen Nervenzusammenbruch bekommen. Weil wir den... Also, dann wäre er vorbei, wenn wir ihn nach Hause bekommen. Ne, wir... Ne, wir kriegen den nicht nach Hause. Ja. Also, wir müssten ihn vakuumieren. Dann wäre er... Jetzt bin wir Teppich. Scheint ja an, er will nicht vakuumiert werden. Er will nicht vakuumiert werden. Aber er müsste. Haha. Ein kleines Birdie. Ja, okay. Gehen wir rauf. Ja, mal langsam. Ich weiß nicht, ob hier nur ein Aufzug ist. Ganz kurz. Wir probieren raufzukommen. Raufzugehen. Und wir probieren es. Weil das kann natürlich das Internet weg sein. Das kann sein. Wir gehen jetzt wieder raus. Wir probieren jetzt gleich. So. Ich lese dabei den Chat. Hallo Melli. Hallo Good Old Anime. Reggit Paws. Auch da bei Pixel Pony, Kucko und die Süßesten. Alle da. So. Okay. Ah ja, doch. Wir können rauf. Okay. Ganz kurz. Wir sind jetzt hier drin. Da kannst du auch zeigen. Kann man sich sauber machen. Ah ja, das gibt es auch. Es gibt überall so Feuchttücher, wo man sich sauber machen kann. Jedes Mal vom Essen. In Japan. Take photos and videos in the store. Aber steht da auch nicht drin. Bei dem anderen steht nur. Also vielleicht ist es nicht mehr aktuell. Weil als wir 2019 da waren, wollten die das noch gar nicht. Und jetzt steht überall nur. Ja, da steht irgendwie. Und jetzt steht überall nur. Ja, okay. Wir probieren es. Ne. Aber überall. So Feuchttücher. In Japan. Überall. Vom Essen. Feuchttücher. Hände waschen. In Japan. Überall. Du kriegst so ein Feuchttuch aufs Tisch. Damit du dir deine Hände wäschst. Überall in Japan. Wir gehen rauf. Okay. Viertes Stockwerk. Sag was auf Japanisch. Nach so vier Stockwerk. Nataschiva. Meckles. Naja, man kann oder man kann nicht. Wir gehen rauf. Sind wir rauf? Viertes Stock jetzt? Ach so. Okay, wir gehen jetzt rauf. So. Ey, Chad, ist es geil. Ist es nice. Ich bin so froh, dass es klappt. Mit dem Internet manchmal schwächt. Jetzt habt ihr ja schon bemerkt. Aber ist das. Ist das nice? Ist das cool? Ich komme nur wie ein blöder TikToker vor. Ja. Den keiner mag. Okay. Hier ist warm. Hier ist warm. Ey, Nikolas, ich danke dir fürs Zuschauen. So. Aber da haben wir's. Was haben wir denn da? Hier sind die guten 100er Spiele. Oh, hier sind die guten 100er Spiele. 100 Yen ist okay. Oh, ich hätte sogar so eine Drachenfrucht. 100. Schau dir die an. Ey, ich finde die was schöner. Soll ich probieren? Aber das ist unmöglich, oder? Weiß ich nicht. Die muss halt schieben. Ja, die musst du schieben. Alle heben die hoch. Du musst sie schieben. Ja, das ist schwer, oder? Ich glaube, du kannst sie drüber erkennen. Ja. Wie gesagt, das ist das, was wir haben. Hä? Aber wenn du 500 Yen kannst vielleicht spielen. Nee, dann können wir gleich eingehen. Halt. Soll ich oder nicht? Ich bin jetzt nicht so der größte One Piece Fan. Du gehst jetzt mal vorbei, sagst du, willst du noch Frucht? Die Pandemie hat sich ja auch einiges verändert dauerhaft. 700 Yen. Warte mal, ja, hier. Äh, Motschki, danke für ein Follow. So, versuch's einmal probieren. Okay, wir probieren. Okay, na. Warte, warte, warte. Lass mich kurz klarkommen. Ey, das kann aber auch jetzt gar nicht funktionieren. Okay. Bist du bereit, Noah? Ja. Du musst ihn so ziehen, wie beim letzten Mal. Warte mal. Ja, das kann ich auch nicht machen. Aber wie weit zieht er den? Wahrscheinlich nicht so weit, oder? Hä? Joa. Aber das war schon falsch. Du musst ihn ja viel weiter... Weißt du, was ich mein? Aber jetzt steht ja so schief, das ist glaube ich doof. Ja, aber... Aber nee, Moment. Jetzt ist er am weitesten außen. Wenn ich jetzt, kann ich ihn am weitesten rüberschieben. Weil jetzt ist die Kante weg. Die Arbeiter draußen ist vorhin. Okay. Probier's, wenn du willst. Was sagst du hier nochmal, oder nicht? Aber du hast ihn ja eher angehoben, als zu schieben. Die sagen, schieben ist smart. Wie war das mit der Schande vorhin? Oder warte mal, liegt die Arbeiter drüben? Den habe ich doch gerade schon gesagt. Okay, dann machen wir den. Aber du fandest die andere doch schöner? Egal, aber die ist... Also... Es geht ums Gewinn um Schönheit. Eine Porsche oder einen unerreichbaren Ferrari. So. Auf ein zweites. Probier's. Nee, lass es. Probier's mit schieben. Den? Den Chat. Den Pinz. Was sagt der Chat? Der Chat sagt... Wie schieben? Er hebt ja an. Ja. Naja, du kannst schieben, wenn die... Die geht ja offen runter und dann geht sie zu. Und damit kannst du dir so schieben. Dann kannst du ein bisschen rausschieben, ja. So machen? Ja. Was sagt der Chat? Ich höre auf dem Chat. Mariko sagt Go. Meme sagt Go. Sternchenblub sagt Go. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Ich will jetzt schieben. Aber ganz wenig, ne? Go. Machen. Michi sei ein Macher. Oh, nee. Also schau, es hat... Ah, wieder zurückgeschoben. Sorry. Es hat auf jeden Fall ganz gut geklappt mit dem Schieben. Das war die falsche Richtung geschoben. Lachen die? Ja, sie lachen. Lass Noah mal ran. Nee, ist keine gute Idee. Eigentlich kann er das ganz gut. Soll ich nochmal machen? Lass lieber Noah... Das ist eine... Falsche Richtung schieben. So schieben. Nochmal? Du bist ja eh schon dabei. Ich schieb nochmal. Komm, alle guten Dinge sind drei. Schatz. Ja, der ist besser. Boah, der schiebt ihn aber auch nicht weit. Er schiebt ihn... Ja, okay. Ja, komm, wir lassen's. Das war nicht so gut. Nee, das war nicht so gut. Das lassen wir. Aber der war zumindest gut geprägt. Wir haben ihn probiert. Aber wir haben ihn... Nee, 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 nee. Nee. Das ist... Das Ding ist... Da geht viel Geld drauf. Da... Also das... Das wird teuer auf Dauer. Jetzt haben wir... Shit, wie viel habt ihr gezählt? Wie viel ist die Suche? Waren's zwei oder drei? Drei, glaub ich, gell? Das ist 700 Yen. 700 Yen haben wir bis jetzt. Kann ich das von den Steuern absetzen? Was ist denn jetzt? Das ist eine gute Frage. Oh Gott, ist die süß! Hast du die schon? Ja, die habe ich gekauft. Wow! Für wie viel Geld ist das? Man kann die nicht kaufen, Ravenhand. Nee, nee, nee. Ich, äh... Ich weiß gar nicht wie viel Geld. Inuyasha. Inuyasha, ja. Okay. Ja... Ja, sein Gohan wurde schon ein bisschen gespielt. Ja... Ich mag ihn voll gern. Ich fand ihn in Dragon Ball immer cool. Und ich wollte... Oh, die ist so süß, ein kleines Kätzchen. Oh, hier, äh... Danke, Shirosan, für 6 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Was ist... Da den sehe ich auch überall, diesen... Dude. Arm Power Max. Arm Power Max. Achso, das heißt, dass der... ...ultra stark ist, oder wie? Ja, aber dann ist noch Glücksspiel, wo sie langt. Ah... Ja gut, aber das ist ja nicht so besonders. Okay. Wollen wir... Da gibt's keine Curvys. Ja, da gibt's keine Curvys. Ja. Rauf noch? Ja. Okay, komm. Wir gehen rauf. Wir gehen nächste Etage nach oben, oder? Ja. Okay. So... Nochmal. Ich hab vorhin nicht gelesen. Ist es nice? Macht's Spaß? Also, ist es zum Zuschauer noch cool? Oder ist die Kamera von... Ich weiß natürlich, so ist es natürlich am geilsten. Aber dann, wie es mein Arm auskriegt, und ich schaue es wie der größte Titel. Und deswegen mach ich immer so, wo es nicht so auffällig ist. Ja? Oh, geil. Ich freu mich. Ich freu mich. Ultraspannend, geil. Tut sich... Mehr Gambling. Wo ist das jetzt eigentlich im Spiel? Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht zu spieler. Hm... Wo... Kann ich schon... Ah... Er hat die alle resettet. Er hat die alle resettet, ne? Er hat die alle resettet, ne? Die sind alle wieder da am Rand. Ist da eh keiner? Ah, gut. Oh, Jin So Man! Ach ja gut, aber der ist nicht... Da ist sie! Ich will den Jin So Man haben! Ich will den Jin So Man haben! Der ist nämlich geil! Man kann... Nee, man kann... Man kann die fragen, ob die den austauschen. Ah... Er steht ja da drüben. Sollen wir machen? Der... Der ist doch nice. Oder der ist doch cool. 100 Yen? Hä? Willst du die ganze Zeit nicht, dass es auffällt zu streamen und jetzt willst du jemanden fragen, ob er eine Figur austauscht? Na klar! Hä, der ist doch cool! Ey Melly, ich danke dir fürs Zuschauen. Das ist Evangelion? Ne, oder? Ja, oder? Ich glaube, ja. Da musst du fertig spielen. Ja, das... Ja... Sie ist... Warte mal, diese... Sie ist auch sehr cool. Ich mag sie voll gern. Sie ist nämlich von... Äh... 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 My Hero Academia. Aber die ist halt groß, ne? Die musst du halt wirklich weit nach drüben schieben. Ne? Aber die hätte ich auch gern. Das Ding ist auch... Man darf nicht vergessen, da ist Gummi drum gewickelt, damit das nicht rutscht, ne? Das muss man auch... Aber... Aber... Er wäre ja schon cool, ne? Aber was sagst du er? Weil die Base ist geil! Ja, aber die Figur ist cool! Äh... Du kannst alle Mantlerer Komplex kaufen, sie doch auch nicht. Natürlich kann man die kaufen, aber man kann sie auch günstig gewinnen. Hehehehe! Man spielt auch für den Fun! Und... Es ist hier nicht so lustig im Stream zu schauen, wie ich mir alle Figuren kaufe. Sondern... Das wäre ein Scheiß-Stream! Ne? So... Ähm... Ah ja, da haben wir hier... Kuckulos, da ist es auch... Ja... Oh! Hey, sie geht! Sie... Ah! Ja, aber sie könnte auch sehr schnell hier drauf kommen. Könnte die gehen? Da ist es so weit. Ich finde es cool, weil ich selbst wahrscheinlich nicht nachher bekommen werde. Aber du bist... Kennen... Wer ist das? Kennt ihr die? Kennt ihr die? Kennt ihr die oder oder nicht? Mit dir ist alles cool. Oh, dankeschön. Ne? Kennt nicht. Ne? Ja, von Sohi no Cloppy. Die Purple Element kennen natürlich alle. Klar. Ne, gut. Ich kann die jetzt nicht, die Ursula. So. Ah ja, da haben wir wieder hier... Äh... Dei... Dei... Bebe? Ja? Ja? So? Wollt ihr nicht ein Baby gewinnen? Ah, Chad wollt ihr ein Baby gewinnen? Also, oder... Oder nicht? Äh, wo... Soll mal probieren... Chad wollt ihr ein Baby gewinnen? Sollt ihr ein Baby probieren? Ich will halt eine große Figur? Ich will halt eine große Figur. Weißt du, ich gewinne die vielleicht auch noch für Chad, aber ich will eine große für mich gewinnen. Und jetzt haben wir nicht mehr so viel. Soll man... Soll man... Soll nicht, dass du noch eine große Figur gewinnst? Die müssen wir ja noch irgendwie mitnehmen. Ja, die kriegen wir schon rein. Die sagen alle, ne? Hä? Ich will keine Kinder... Ihr wollt kein Baby? Was ist denn los mit euch? Äh... Ja, die Slimes, die sind aber schwerer zu grabben. Das sieht natürlich cool aus, aber hier, das kriegt man glaube ich schon leichter. Nein, bitte nicht! Hä? Was ist denn los? Mögt ihr keine Kinder, hm? Seid sie solche? Das Baby sieht hässlich aus. Das sagt man nicht zum Baby. Jedes Baby sieht gleich aus. Aber jede Mutter sagt, ihr habt ein schönes Kind. Und... So... Rauf! Die wollen kein Baby. Die wollen kein Baby. Gut, dann kriegen sie halt kein Baby. Undankbar! Okay, dann kriegen sie halt alle kein Baby. Undankbar! Äh... Verwöhnt! Verwöhnt! Wollen sie ein gratis Baby haben? Ne? Ne? Hast... Aber Pommes? Ja gerne! Richtig! Ja komm! Na klar! Verwöhnt! So, oh ne Papa, ich hab den dritten für einen Harry schon! Alle hier! Okay! Dann, äh... Äh... Was? Dann... Oha! Ein Silberfäscher, ein Laubertschatz! Internet super! Internet super! Keine Ahnung, die Purple Element ist eben Lexikon. Die sagt, ja das ist die... 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 Die Sabine aus... Ja... Ey, die ist cool, die Figur, ne? Die ist cool, weil die hat so eine fette Axt! So... Aber die ist schon ein bisschen... Die wäre auch machbar! Die wäre... Oh... Ich kenn die eigentlich nicht! Purple Element von wo ist die? Ey, aber... Aber... Die kann man hier ziehen! Die könnte man... Die könnte man machen! Wobei das Ziehen Ding ja nicht so gut geklappt hat, wie ich dachte! Naja, man kann's probieren! Ja, aber was? Weiß ich nicht! Ja, die... Die Würde... Sorry! Die Würde, die sieht machbar aus, ne? Los, los! Ihr... Der Suchtverfall der Z. Benjamin! Ja, ich glaub auch! Niemand kennt sie! Kenn ich sogar... Sogar gar nicht! Okay! Ja, weiß ich nicht! Okay, ich frag den Chat! Chat! Die ist besser! Wie gesagt, die Startposition ist immer die! Seht sie's hier an der Kante! Ja, aber wenn niemand sie kennt! Aber die ist nicht an der Startposition, die ist schon weiter drüben! Ja oder nein? Ey, ich kenn die halt nicht! Die sieht so aus, ne? Weiß ich nicht! Können wir mal... Ich sag ihm Hallo! Damit ich irgendwie... Ja, versuch's! Schau dir gern zu so oder so! Ja, aber man könnte auch noch ne Figur, die ich vielleicht auch cool finde oder so, ne? Oh, äh, danke! Ch0455! Neues Annemige! Gibt's doch Zorro! Äh, haben wir schon gesehen, ja? Oh! Er Reset! Er Reset! Er Reset! Oh! 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 Okay! So! Die ist sehr cool! Die ist sehr cool! Die ist sehr cool! Aber... Sehr groß auch, ne? Also... Hol mal, was die Mädels haben wollen! Ähm... Hol mal! Also... Okay! Kein Problem! Nur was willst du haben? Ähm... Naja, da... Hier ist auch... Äh... Die haben überall dieses Fake-Essen, ne? So dieses Fake-Essen... Wir waren in so einem großen Merch-Store und da gab's Nintendo-Merch. Könnt ihr glauben, dass es einigermaßen Animal Crossing-Merch gibt? Es gibt nichts Animal Crossing! Es gibt ein Pop-Up-Store... Bamban! Es gibt ein Pop-Up-Store mit Garn of Bamban, aber nichts von Animal Crossing! Ja! Unglaublich! Ja! Aber das Essen, ja... Ja, jetzt nicht so cool! Kommen wir schon noch eine rauf! Wir sind... Wo ist denn die Steffi? Die... Die ist... Aber Pop-Up-Plater haben die viel! Auch Garn of Bamban! Ich... Chat... Oben ist nur Musik, ne? Ach... Oben ist nur Musik! Oben ist nur Musik! Okay, Chat! Ich zeig euch mal kurz... Schau mal, wie hoch wir oben sind! Soll ich euch jetzt mal... Chat, ich werde euch jetzt das Fürchten lernen! Boah, du lernst mich das Fürchten, wenn du es jetzt so drüber lernst! Ich lasse euch jetzt fallen! Ha, 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 ha! Oh, oh! Rosa Negiri, pass auf! Ich lasse dich fallen! Ha, 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 ha! Okay, ja, wir gehen wieder runter! He, 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 he! Okay... Ne, ich lasse euch doch... Ich lasse euch doch nicht fallen! Nein! Ich lasse euch... In der Stream steht! Hä? Wir können fliegen! Zum Glück pufferts! Ehrlich jetzt? Okay, wir gehen wieder! Ich will dir eines sagen... Ja? Ja? Wenn du jetzt das Handy da runter fallen lässt... Ja? Stream Awards Clip nächstes Jahr bei der Reef Radio sicher! Zumindest nicht! Könnte, könnte sein! Das ist ja schon mal drin! Ja? 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 Es ist ja... Komm mal mal! Komm mal mal! He, komm mal! Ich lasse euch doch mal! Stimmt! Wenn ich jetzt mein Handy fallen lassen würde... Kein Fake Twitch Clip! Ich mach so... Lass das Handy fallen! Nee, dieses Jahr sind wir bei der Reef in Stream Clips! Sind wir drin! Sind wir drin! 3,5,5,9... Kann los! Geil! Nee, das sind wir nicht wert! Mein neues Handy! Also, mein neues Handy ist mein altes Handy! Aber da müsste ich noch was kaufen! Machen wir nicht! Ey, es passiert noch irgendwas! Also, ich werde mich bestimmt irgendeinem... diesen Stream dieses Jahr irgendwo ankacken oder so! Das ist ja auch ein guter Stream! Hey, hey, hey! So! Gut! Dann gehen wir runter! Einen noch runter! 100 Yen, wenn du es fallen lässt! Oh, das ist ein guter Ding! Dann kann ich ja gleich mir eine neue Figur holen! So! Ja, da waren wir schon unten, gell? Ja, Steffi wollte noch kurz mal schauen, aber wir können vielleicht zu lange raus! Okay, wir gehen raus! Ja! So! Okay! So, wir sind wieder auf der Street! Auf geht's! Alle voten mit! Ich freue mich, dass es klappt! Ich frage einfach nur das Interesse! Wie viele Leute sind wir gerade? Mir wird es nicht angezeigt! Wie viele Leute sind wir gerade? Ich sehe es nicht! Hallo! Hallo! Vielleicht ein Durinko! Oh! Ich kann euch auch was zeigen! Achso, ja, ja! Geh rüber! Ne, ich warte! Ich warte auf dich! Nicht warte! Ich bin nicht allein rüber! Ich komme nicht nach! Okay! Dann gehe ich halt doch! Äh, warte! Ich zeig euch was! Ich zeig euch was! In Japan... Zwölf! Hallo Monk! In Japan gibt es überall, ähm, äh, so Getränkeautomaten! Überall! Und ich meine... Und es gibt sogar warme Getränke! Also, ich meine, das steht da unten, aber die kommen wirklich heiß raus! Das sind, also... Ich weiß nicht wie, aber die sind warm! Und es gibt überall Getränkeautomaten! 120 Yen, das sind ca. 80, 70 Cent! So was, ne? Und, äh, und, und, und... Das gibt es mit allen! Es gibt viel Tee, es gibt Fanta, Kohle, es gibt alles! Aber diese Automaten, die gibt es überall! Du kannst dir auch anscheinend so ein Törtchen dir holen, ne? Ja? Ja? Hallo Chessi, mein Hübscher, wie geht's dir? So, danke, äh, danke Clout für ein Follow! Vielen Dank! Ich lese auch, heute lese ich alle Follows vor! So, ähm, ja, und das gibt es überall! So, warte mal, da kommen Leute! Ich will, ich will keine Leute filmen! Also, ich hätte nichts dagegen, aber die wollen nicht gefilmt werden! Ja, wo ist sie? Äh, sie ist noch kurz drin! Okay, okay, okay! Gibt es da Crepe? No, willst du einen Crepe? Was kostet ein Crepe? 400 Yen 400 Yen Das sind ca. 3,20 Yen So was Willst du ein... Oh, so ein zusammengerollter Crepe! Wie gut kann ich schon sein, dass jemand? Ich will Törnchen! Hallo Joachim! Hallo Bistl! Der Bistl hat bei der Wege Geburtstag gehabt! Alles Gute zum Geburtstag, Bistl! Alles Gute, Bistl! Wir können ein Selfie machen! Für? Und? Äh, ja, für Thumbnail! Ah! Du musst aber mehr von deinem Dings machen! Äh, nein! Andere! Ach! Äh! Hehehe! Okay! Nur Breakdance! Macht einen keinen Freestyle! Cool! Haha! Okay! Wollen wir weitergehen? Oder willst du einen Crepe? Stephanie! Nix! Na gut! Dann gehen wir weiter! Ja! Es ist aber heute wirklich kalt! Es ist wirklich so 6, 7 Grad! Was? Das ist noch einer? Ja! Ah! Okay! Es wird auch schon langsam leerer! Ich warte mit euch jetzt bei der Straße! Wie leer wird denn dein Handy schon? Wie leer wird mein Handy? 55! Ja! Es hält aber gut durch! Ja! Okay! Wir stehen jetzt mit euch an der Kreuzung! Und in ganz Japan gibt es überall so für Blinde so Dinger! Überall! Ey! Das ist... Übrigens E-Scooter! Bei uns regen sich alle auf, weil die Kreuzung quer stehen! In Japan, die stellen die alle schön zum Rand hintereinander! Da wird es die Diskussion gar nicht geben über die E-Scooter, weil die keine nerven! Ey! In Japan, die stehen am Rand! Also wirklich! Da, ey! Also... Ich glaube, Deutsche werden so ordentlich und alles so geregelt, wie Japan ist, glaube ich! Aber ich glaube, Japaner sagen, Deutsche sind so ordentlich und sind so... Aber sehr viel... Ja, ja! Deutsche! Äh! Japaner lieben Deutsche! Das ist wirklich... Das habe ich oft gehört! Ich meine, ich habe jetzt hier... Hey! Da waren wir da noch die Pommes und Chicken! Also da gibt es den zweiten auch noch! Hier neun Grad! Aber da musst du an mich denken und dann wird dir wärmer! Hehehehe! Schau wie cool! Was ist das denn? Rahmen! Oh, hier Rahmen! Oh, hier! Das gibt es auch in Deutschland gar nicht! Also... Ich meine, das ist einfach so... Grape Fanta! Na? So! Grape Fanta! Hä? 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 Die trinken... Essen die alle im Sud? Ja, die kommen von Arabisch! Ach so! Weil die alle von... Ja, ja! In Japan geht man viel draußen essen! Ähm... Das stimmt! Oh! Ein neuer Follower! Hä? Habe ich... Hä? Habe ich... Ist das Soundaktiv? Nee, oder? Ist der... Ist der Follower... Kapuze stinkt! Follow! Ha? Karate-Klut! Na? Wer ist der... Wer ist der Dreckschwein, ha? Wer ist der Dreckschwein? Wer heißt Kapuze stinkt? Wer möchte einen Kick haben? Aufs Schienbein? Hier kann schon, hier könnt ihr aber Internet auch wieder stecken! Ja, ja, wir gehen zu Gigo und wir schauen... Äh... Kurz... Hup! Hup! Hab ich mich erschreckt! Okay, wir gehen rein! Ne, ich seh mal, ich muss schauen, ob Internet lau... Internet... Bist du jetzt ganz gut? Oh! Oh Gott! Das sind die... Das sind die schlimmsten... Das sind die schlimmsten Chats! Schaut's mal! Ihr denkt euch jetzt... Oh das hängt ja am... Ach du... Ach du... Ach du... Ach du... Ach du... Wo soll ich denn hin? Ihr denkt euch, ach, das ist ja easy am Gummiband, ich würde gerne, nein, es ist 200, das ist schon viel, das ist, also es funktioniert nicht, das ist, das sind die schwersten, das sieht leicht aus, oh, warte mal, äh, 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 oh, Shiro San, danke für die No Hero, von Akiapara zu Akiapara, Kollegen, also wo kann man dich hier einladen, äh, wir, wir versuchen gerade, wir versuchen gerade Preise zu gewinnen, Shiro San, danke für 10 Euro, vielen Dank, ich versuche, ich versuche, ich versuche einen Preis zu gewinnen, und das, vielen Dank Shiro San, danke für 14 Euro, vielen Dank, und wir versuchen die Leute vom Scam zu wagen, Dankeschön mit Schatz, vielen lieben Dank, also ich mach wieder aus die Kamera, okay, also scheiße, warte mal, so, einen Preis für mich gewinnen, also, ja, ich versuche, wie gesagt, ich kann, warte mal, wir gehen mal weiter, ah, schau mal, Shiro San, vielen lieben Dank nochmal, Dankeschön, danke für den Support, ah, in Tokio, oh, so, also wenn jetzt, vielleicht wer noch ein kleines Chicken bringen möchte, ha, das ist unmöglich, das Ding wackelt nur, aber ist, das ist, also es klingt so leicht, aber ist unmöglich, also das Band ist so fest gespannt, dass wir haben das, wenn wir schon viermal probiert, das ist, ich weiß nicht, wie die Leute schaffen, so, gut, ähm, was haben wir da noch, oh, da haben wir doch, oh, was ist denn das, Fleisch haben wir da auch, wir müssen, die alte Banane, wie redest du mit meinem Chat, ha, 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 das war mal kurz, ich mach kurz wieder innen, so, wie ich die Sachen, by the way, Sachen, wenn ich hab ja dieses, diese Poppy-Figur, wie ich die verlos, weiß ich noch nicht, und wenn ich was verlos, dann nicht über, hier ich, sondern random, damit es fair bleibt, weil ich kann, so, ne, weil ich, so, ja, so, gehen wir rein, okay, ich schau, aber kann man, kann man ja filmen? Ich hab kein Verbotsschritt, das ist nix, ist nix, okay, okay, chat, wir sind safe, wir sind, okay, chat, jetzt, hey, die haben es überall, die sind neu, okay, oh, scheiße, Internet dropped, ah, shit, okay, 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 ja, Internet hat da drin ein bisschen gedroppt, ja, oben ist es auch nicht, ah, okay, ja, Internet war da drin wieder weg, ah, ja, ich war ein bisschen drin, Internet war weg, das ist bei manchen Läden, ist sofort weg, bei manchen Läden, kommst, ist es kein Problem, ähm, ich hab das Gefühl, diese Seite hier ist ein bisschen schick, da war ich ein bisschen drauf nicht, ja, ob es da noch was gibt, ich weiß, naja, das war es doch schon, es gab ja noch ein paar Läden, wo man rein könnte, wo ist jetzt die Stephanie? Ah, ich weiß nicht, ich glaub, wir gehen noch kurz nach vorne, ich kann sie holen, aber, ja, okay, läuft alles, ja, wie gesagt, da drin war es auf einmal wieder weg, hier hab ich eine Kakashi-Figur geholt, für 2000 Yen, hier hat sie eine Figur geholt, für 2000 Yen, circa 13 Euro, 13 Euro, eine nagelneue Kakashi-Figur, wunderschön, wunderschön, ja, äh, ey, das ist voll praktisch, Chat, oh, ohne uns, hä, wie hast du denn das jetzt gemacht? die eckige Exe, wie hast du das gemacht? wie, die, hä, aber wie, ohne uns, wo ist denn die Ende jetzt her? kaputzt, danke für 53 Monate, hä, gibts mal der Stephanie einen kleinen Applaus, hä, die quietscht sogar, aah, die besten 100 Yen, die ich jemals investiert habe, 100 Yen, mit einem Versuch, mit einem, und wir waren nicht dabei, da war die Stephanie, da war die Stephanie, wieder, gut am Cashen, ja, weil ich, drin hab ich kein Internet, leider, das ist übrigens sehr praktisch, weil ich seh den Alert nicht, aber, wenn ihr Emotes spammt, wie so ein Kaktus, oder so ein Glas, also Ehre, dann weiß ich genau das, was reinkommen ist, also vielen lieben Dank, das ist super hilfreich, damit ich keinen Sub, oder keinen Donation, oder so überlese, vielen Dank, so, warte, ich mach mich in die Kamera, über die Straße, ja, nice, ey, das ist aber eine sehr gewagte Figur, hinter mir, also da war, da war Weihnachten früh, so, ich geh über die Straße, so, Hallo, Melli und Pixel Pony, was macht's denn hier gerade, was macht's denn hier gerade, seid ihr gerade im Bett, zockt ihr gerade irgendwas, was macht's hier gerade, wie ist, wie ist denn gerade, was tut ihr denkt, wer zockt was, ich hab schon, ich hab seit zwei Wochen nichts mehr gezockt, ich bin auf Entzug, meine Zunge färbt sich langsam blau, Mittagessen, auf der Couch, ich fahr einkaufen, schaue stream, ich schaue dir und döse rum, das war, kaputt schon mal eine Postkarte, als ich ab und von dir, ey, ich glaube, wenn ich jetzt jeden, ich weiß gar nicht, wenn ich 600 Leuten eine Postkarte schicken würde, mach gerade feiern, aber vielleicht, wenn wir noch was kriegen oder so, ist das zu verlosen, wäre schon nice, wenn wir jetzt ein Pommes, wenn wir jetzt ein Pommes zu verlosen, was würdet ihr lieber, die Pommes oder die Poppy Plate haben, Pommes oder die Poppy Plate haben, ich glaube, das ist schon sehr schwer, aber ich würde gerne ein paar Pommes noch graben, schau, wie hier das Essen ausgestellt wird, ah ja, in Japan ist überall Essen so ausgestellt, das ist Fake-Essen, das ist aus Plastik, aber das ist überall, damit man sieht, wie das ausschaut, wo man dann sagen kann, ja, schau hier, das ist alles kein echtes Essen, Ente, also, die Quietsche Ente, ja, die können wir nicht filmen, ja, stimmt, hier, Steffi, würdest du deine Ente vorhaben, nein, nein, behalte sie dir, ich habe kein Internet, ach quatsch, behalte sie dir, ich will dir nur fein im anderen Spaß, nein, 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 oh, Sub kam rein, und PolarFuchs, für 26 Monate, vielen lieben Dank, dankeschön, ey, das ist voll praktisch mit euch, danke euch, so, hier können wir auch rein, hier waren wir, ah shit, hier waren wir schon drin, hier waren wir schon drin, hier hin, hier sind ja schon die Station, ok, sieht cool aus, holt eine Ente, ich habe kein Internet da drin, ich wollte gerade, warte, ich film wieder unter, ich habe kein Internet da drin, das war aber nicht zur Auswahl, Pommes oder Poppies Playtime, genau, Pommes oder Poppies Playtime, was wollt ihr haben, die gleiche Pommes ist schon cooler, aber von Pommes hätte ich mir gewünscht, dass wir ein paar, ein paar mehr kriegen, weil das wäre ich drin gewesen, ja, tut mir leid, ja, du musst sagen, auf mit deiner blöden, quitsche Ente da, wir haben nämlich, wir haben ja, also Noah und ich, wir haben ja keine Badewanne, und deswegen gönnen wir uns richtig, hier immer zu baden, und Noah und ich, wir baden so oft, ah ja, hier, da könnt ihr jetzt sagen, ob das teuer ist, ich sage euch, ist es nicht, hier, eine Suppe, 570 Yen, also ich meine, da ist eine kleine Portion, ist eine kleine Portion, so wahr, ja, was, 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 das, wie viel Geld? 3,20 Euro oder so? 3,20 Euro circa, 3,20 Euro, hier Curry, Mitsu Nudeln, ja auch 3,40 Euro, Japan ist so günstig aktuell, wir zahlen immer für unser Frühstück zusammen, mit Getränken 10 Euro, ja, wir zahlen, ja, also hier, na gut, was zum Trinken halt, was Alkoholisches, ja, aber hier, da 8,10 Euro, das ist 5 Euro vielleicht, oder so, oder 5,50 Euro, für die Portion, das sieht echt gut aus, lass es mal später essen, das sieht echt gut aus, ja, aber es ist halt wirklich nicht teuer gerade, und man bestellt überall an diesen Ding ein, und man bestellt überall hier draußen an so Stationen, und ja, Topping, Alkohol, ich glaube, die erwarten aber auch gleich, ja, Entschuldigung, ah ne, doch nicht, ich dachte, die warten jetzt, ok, günstiger als ein Döner, ey, und gesünder, das eh, in Japan, die essen alle immer so kleine Portionen, und viel davon, äh, und das ist halt viel gesünder, als so eine große Portion, so, und in Japan, die essen so einen kleinen Salat, keine Suppe, oh, warte mal, äh, oh, Pommes, Pommes Forest 5 Euro, Pommes für kleinen Hase, würde sich freuen, wir können noch mal in die Pommes reingraben, wir können, ey, die waren nicht so schwer, zu beahnen, aber, aber, wir können schon, vielleicht kriegen wir noch ein paar Pommes, vielleicht kriegen wir noch mal Pommes, vielleicht kriegen wir noch mal Pommes, wenn du so 10 einzelne Pommes zur Post bringen musst, ja, stimmt, wie transportiere ich die? ich glaube, da reicht ein Brief, ja, da reicht ein Brief, theoretisch, stimmt, so, äh, ich habe noch schon, aber, ja, gut, dann, wir gehen gerade übrigens, Internet ist hier okay, genau, weil wir waren vorhin an der Seitenstraße, aber Internet ist schlecht, ich zeige mal wieder von vorne, viel, viel, viel interessanter, so, ich, ich grüße jetzt ein paar Leute, ich grüße den Monk, ich grüße die Neverseen, und ich sehe sie auch in Japan, die Steffi grüßt die, die Leyla, ich, die Leyla, ich grüße den Kai, die Pazi, Pixel, Pony, Tasfagil grüße ich auch, ich grüße auch die Rosonigiri, die Nuketone Renni, die Applet Lava, ich bedanke mich für 31 Monate an Nuketone Renni, vielen lieben Dank für den Sub, Dankeschön, mein Schatz, vielen Dank, hier ist glaube ich theoretisch was drin, da könnt ihr bauen, Internet, Abholnambo, äh, ja, okay, soll mal probieren rein, soll mal probieren rein, wie gesagt, wegen Internet, das Ding ist, da muss ich halt, weil hier gibt es nur einen Eingang, oh, hier, okay, wir probieren, wir probieren, wir probieren, wir probieren, Internet ist bis jetzt okay, und was die überall haben, sind diese Acryl-Plastik-Ding-Aufsteller, die finde ich halt gut dumm, weil die, die sehen halt nicht gut aus, das haben die voll oft mittlerweile, okay, ich mache keine Bilder von anderen Leuten, okay, die kenne ich halt alle nicht, wer sind denn die alle, oh, danke für, der blaue Interna für 18 Monate, vielen Dank, mein Schatz, Dankeschön, so, wer, da ist cool, aber sieht ein bisschen cheap aus, mit dem blauen, ne, Bro-Beer, so, zum Aufstelleraufhängen, ja, das sieht nicht so cool aus, ich finde diese, diese Figuren finde ich viel besser, oder sowas, sowas kleines, Kesses wie den Blümi, sowas, ne, so, dann hier, ja, oder hier, ihr könnt doch so eine kleine Girl Group aufmachen, das sehe ich euch schon, so eine, keine, das ist alles unterschrieben, und das ist alles unterschrieben auch noch, ja, wie cool, das ist hier voll oft, dass irgendwelche unterschriebenen Sachen, wer hat das, das war, Rekord, weil man da war, wo man es kann, so ein unterschriebenes, das ist, ja, 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 voll, so, wir schauen noch, was haben wir hier, hey, da gibt es halt keine coolen Figuren, nicht, dass ich irgendwo sage, da sie ist es, da musst du halt ein bisschen schauen, immer, so, oh, Reiskeck, danke für das erste Monat, Reiskeck, kennt doch die, Steffi, kennst du den Reiskeck, 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 der hat gerade gesappt, ich dachte, das ist wieder einer von dir, okay, da weiß ich ja nicht, wollen wir rauf, okay, Chad, wir gehen jetzt rauf, und wenn es nicht klappt, dann muss ich ganz schnell wieder runter, ich hoffe, das Internet hält durch, ich fahre jetzt rauf, ich fahre die Rolltreppe rauf mit der Nummer, okay, bis jetzt läuft es, bis jetzt läuft, weil dann muss ich irgendwie schnell wieder, den Weg runter finden, innen läuft, wir sind da, perfekt, okay, Internet ist gut, ja, Internet ist super, powert die Fuchs, ich sag's Ihnen, willst du einen, ah, der hängt da, der da, der dicke, der, der, oh, der, 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 der wirkt, aber der ist schon weniger geworden, und schon verteuert, schon motiviert, ja, willst du es probieren, Steffi, Steffi, wenn du willst, der Jet würde das sehr gerne sehen, na, schade, aber es wäre schon cool, ne, so ein klein Kirby, dann nicht, 500 Yen für sechs Spiele, 500 Yen für sechs Spiele, ich, ich spiel, ich soll mit deinen spielen, oder, ich habe jetzt noch schlechtes Gewissen, nee, soll ich spielen, ja, ihr müsst entscheiden, ja, die Steffi will mir seine, ihre 100 Yen, tut mir leid, ihre 100 Yen geben, und ich soll spielen, ich habe so Angst, dass ich es verkacke, okay, Noah, oder Steffi, du kannst, das ist deiner, du musst filmen, oh Gott, das war jetzt wirklich schlechtes Gewissen, auch schade, ich muss es erst mal mit Drücken machen, ja, ja, warte mal, aber, soll ich, mit einem kriegt man den sicher nicht, aber du siehst, da sind ja so zwei Bögen, ja, soll ich auf diese Bögen jetzt versuchen zu drücken, mhm, auch die Bögen weiß nicht, wie hat das funktioniert, weil ich glaube, wenn du reingehst, und dadurch, dass er hochzieht, ziehst du ihn schon noch ein bisschen, oder soll ich auch den, wo der Boden, auf den obersten Boden, ja, wo drücke ich, ich würde in den Boden, auf, auf, bei mir, den auf, ja, und halt auch wieder mit diesem Ding, dass du den möglichst drüberschiebst, wenn ich den, hast du gehört, wie, dass du möglichst drüberschiebst, also dass das wieder so ganz knapp ist, ne, ja, ja, wenn das nichts wird, dann mache ich noch einen von meinem, drück auf, okay, ich weiß nicht, wie weit die aufgehen, ich weiß nicht, wie weit die aufgehen, ja, die geht ein bisschen auf, so, 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 was sagt der Chat, ich habe noch 6,30 Sekunden, so ist gut, wie im Moment, zu weit, aber, okay, der war zu weit, ja, ich wusste nicht, dass die, man weiß ja nicht, okay, jetzt mache ich einen von mir, ich weiß nicht, wie weit es geht gerade, ich weiß nicht, wie weit es geht gerade, ja, ich bin schon da, ja, ich bin schon da, ja, die ging schon weit auf, ich meine, so, so, noch mehr, noch mal, mehr zu, zu dir, oder weg von dir, wegen der Kralle, weil die Kralle ging weit auf, mehr, mehr zu mir, glaube ich, oder? was sagt der Chat, aber sieht man nicht so gut, ich glaube, es ist ganz schwer zu sehen, da, also ich kann auch von dir, kann eigentlich, soll ich machen? mehr nach hinten, oder, oder weg, oder, soll ich schon probieren? Probier, ja, dann wissen wir es, das war zu weit, ja, das war zu weit, ja, okay, aber ich habe, nee, okay, ah, Steffi, ich habe ein schlechtes Gewissen, jetzt, okay, noch mal, ich habe es mir zirke gemerkt, ja, aber mach wirklich ein Stückchen weiter, so, ich glaube, nicht, nicht weiter weg, so, ich glaube, das ist gut, das ist super, okay, der ist gut, hä, Kräfte fährt man zu, Arschloch, ja, okay, der war perfekt, also, er hat, wenn er zugehilfen hätte, dann, was machen wir jetzt, wir haben ihn halt nicht, willst du dir ganz sicher stellen, will ich nicht, ey, ich meine, der war gut, aber ich, er musste aber noch näher dran, der erste hat mehr gemacht, okay, so, siehst du diese zwei Plastikdinge da hinten, ich war vor, ich war vor, letztes Mal genau drauf, und dann war es voll weg, das heißt, ich muss ein bisschen weiter weg von diesem Plastik, aber noch ein bisschen zu dir, ich glaube, ich habe das Gefühl, es hat ein bisschen, ja, ich glaube, das ist gut, aber, du kannst es besser als ich, ich, ja, oh nein, oh nein, er greift doch an, er bewegt sich gar nicht, er bewegt sich kaum, und es blieb auch zu hoch, weil ich habe gewusst, also, ich sehe, es liegt gleich an mir, weg, lebt zu fest, ich bin wütend, da steht es auch, wie man es machen soll, immer ein Stückchen für Stückchen, ja, ich bräuchte, also, ich komme da hin, gar nicht bewegt, du hast den Ring gut getroffen, aber er hat sich nicht bewegt, so, vielleicht nochmal hinten den Ring eher nochmal probieren, Steffi, ich will dir nicht dein ganzes Geld nehmen, mach, ich habe so schlechtes Gewissen, weil ich weiß nicht, ob es dann was wird, ich probiere noch einmal hinten, und wenn es dann nicht ist, dann geht es, ich glaube, ist das so? Von der Seite? So? Mhm. Sieht, glaube ich, sieht gut aus. Bisschen mehr zu dir, oder weg? Nee, ich glaube, ich mache es nicht so, wir haben aber auch. Eurer Bro, jetzt komm! Boah, das ist scheiße. Nee, ich glaube, das ist es nicht wert, glaube ich. Wie viel waren das jetzt? Versuche fünf? Ich habe zwei, na, Steffi, ich weiß nicht. Nein, nein, ich wollte sehen, wie viel Versuche es waren. Das ist, also, da kommen wir nicht hin. Ich glaube, der ist es nicht. Ich glaube, dann eher mit einem Crane-Game. Da gibt es zwei. Ja. Es tut mir leid, Steffi, es tut mir leid. Du musst es mich, ich muss es mich. Ah, ja. Wir werden der Steffi schon noch was gewinnen. Ja, das ist manchmal so, so, warte mal. Guten Abendmittag für 50 Euro. Steffi! Ich glaube, die Versuche sind wieder drin. Schäffi! Oh Gott! Ey, gut und alle befehlen. Danke. Leider nicht gut, Schäffi. Oh, schau. Ich gebe den Schirungsantag für 10 Euro. Für weitere Versuche ausschauen. Ey, ich kann's nicht, ich muss da von Steuern abziehen. Soll ich es nicht völlig probieren? Ey, die Leute machen doch gerade noch viel gut. Das Ding ist halt, ich hab halt echt das Gefühl, dass es vielleicht andere gibt, die noch besser sind. Bitte. Aber der ist so lang, und gut und alle befehlen. Okay, wir werden, okay, Schäffi, heute kriegst du was. Heute kriegst du was. Der Chat sorgt. Der Chat sorgt für dein Zeugnis. Okay, Schiru sei gut und alle befehlen, vielen lieben Dank. Ich muss von dem Steuern abziehen, aber da ist noch ein bisschen, okay. So, ähm, okay, willst du Anton? Anton? Aber willst du? Wer möchte kein Anton? Wer möchte kein Anton? Aber klappt das? Weiß ich nicht. Ey, wir probieren jetzt. Wir haben ein bisschen, wir haben ein bisschen, ja, aber dann muss ich ja gut, aber wir haben ein bisschen, ey, Schiru sei gut und gut und alle, viel lieben Dank nochmal. Dankeschön. Ich glaube, und das gebe ich der, äh, äh, der, Steffi kriege ich da was. Okay, soll mal probieren? Was sagt der Chat? Anton ja oder nein? Achso, äh, einfach Stream Review und, äh, ja, Anton. Was sagen die? Ich sage ja, jeder liebt Anton. Okay, also die sagen alle Anton? Okay. Danke noch, vielen lieben Dank. Gott, alle befreundet. So? Nee, das ist so, die geht ja auf, die gerade in den Hand. Ach, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht, die gerade in den Hand. Geht die auf? Hm, ich glaube nicht, nee. Ich glaube, die bleibt nicht. Oh, ja, bitte. Der ist echt perfekt. Hm? ich denke nicht. Oh, Vielleicht kriegt man ihn an der Birne wirklich. So was noch ruhier, komm einmal ruhier. Okay, jetzt sitzt er halt. Okay, wir ruhier noch. So. So. Jetzt kriegen wir ihn an der Birne. Warte mal. Pass auf ihn nicht passen. Ja. Also, ja, ja. Hä? Hä? Nein, ich glaube der Kuh. Komm schnappeln. Scheiße, Enton. Ja, ich hab das Klipp hier. Wir schipfen ihn immer hin und her. Er war schon so drin. Aber es waren gute Tries. Okay, vielleicht filmen wir noch was anderes. Okay. Willst du filmen? Kann ich filmen. Okay, okay. Aber ich hab keinen Überblick. Nur wenn du willst. Ja. Ach so. Wenn viele Kakteen ist, ist es meistens Sub. Das weiß ich. Und wenn es so ein Glas ist, dann ist es eine Donation. Das werde ich wahrscheinlich nicht mitbekommen. Die Klinik회담 in der Klipp. Ja, zeig mal kurz vor. Drei mal kurz hier wogegen laufen. Wenn ich in das Display schaufe. Wie ist das? Was können wir denn? Ich glaube wir werden mal andersrum erst einmal gehen. Ja, lass mal andersrum vielleicht! Okay,운�se. Schliuss im Klinik. Vielen Dank. Trash Corp hat donated, 10 Euro, ich schaff das, wir glauben an euch. Und Lelda hat einen Sub gegiftet, Lelda-Line hat einen Sub gegiftet, Trash-Block, vielen Dank, danke schön, schönen Gruß von der Steffi soll ich ausrechnen, vielen Dank, danke schön. Und an die Lelda auch, die hat Sub gefüllt, Lelda, 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 vielen Dank, vielen Dank für den Sub, danke, okay, okay, der Chat entscheidet, Chat. Sollen wir jetzt für die Steffi noch mal den probieren? Willst du lieber den oder willst du den anderen lieber, gell? Ich will auch den, jeder Kirby sein, jeder Kirby. Weil vielleicht ist ja die Kralle besser, aber das ist der Deal, fehl ihm dann. Ah, ich sollte ihn vielleicht auf den Chat stellen. Ja, ja, genau, sonst muss man sehen, was Gott, die komische Katze da, wieder so einer. Die Krallen sind ja gleich schön, ne, nicht alle, es gab, wir haben es ja auch schon mal geschafft. Okay, wir probieren noch mal den. Alle sagen links. Den linken? Ja, aber ich glaube, den will... Nee, nee, warum? Waddle-D? Waddle-D? Aber warum gerade links? Wegen Präferenz oder weil ihr glaubt, es geht besser? Aber ich glaube, die meinen entweder rechts oder links. Beide. Beide? Beide mit einem Blut. Kralle. Ja? Die Kralle, ich stimme für rechts, Kirby hängt schon schräg, vielleicht geht's besser. Ich stimme für rechts, dass ich hier nicht. Ich würde sagen, du musst die Kralle so positionieren, damit sie beim Schließen nicht mittig ist, sondern mehr links oder rechts. Vielleicht so weit außen wie möglich? Linker Automat, rechter Kirby. Okay. Also der. Okay. Ach, das meinen die mit links? Ja, ja. Oh Gott, die Action. Aber hier, vorn. Den hinteren, den hinteren. Der ist ja schon weiter... So, oder? Ich glaube, ich sehe die Kralle nicht. So? 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 Was sagt ihr? Ist gut? Die Hebelwirkung, die Kralle, manche sind zu schwach. So? Wie viele Sekunden hat er sich? Ja, ich habe noch genug. Ja, ja, genau. Sollen wir probieren? Ein Stück nach rechts noch. Nach rechts? Okay. Okay. Ja, gut, wo wir denn? Der Call von der Person... Ah! Sieht aber... Ah, komm jetzt! Ah, die sind scheiße. Die sind kacke. Die sind ein bisschen kacke. Ich bin kein Fan. Nee, die sind kacke. Also, manche... Also, manche ist die... Ähm... Tschö, ich brauche vielen Dank, Nummer 14 auch. Danke für den Sub! Und... Und, äh, gut, Leute, vielen Dank euch nochmal. Dankeschön! Und, äh, gut, Leute, vielen Dank euch nochmal, Dankeschön! Warte mal kurz, so. Ähm, wir, wir, wir finden... Ich muss mal die Kugel schieben. Hä, was ist das denn? Das ist ja noch nie gesehen. Ich finde, was ist das denn? Und dann fällt die Kugel runter und reißt es um. Ach so, du musst die Kugel mit ihm da rüberschieben und dann reißt die Kugel hier diese dick bekleidete Person und dann fliegt die runter. Ich verstehe. Okay, und dann reißt sie das runter. Die... Nee, die... Das ist wirklich... Manchmal, ähm... Manchmal klappt es besser, manchmal nicht. Also, ja, die... Wenn die... Das Ding ist, auch wenn die zugreifen würde, dann wäre es ja einfach, ne? Das Ding ist, man sieht ja eh, ob man gut getroffen hat. Und ich finde, wenn man gut getroffen hat und nichts passiert. Ja, ja, ja. Es ist immer auch ein bisschen Glück dabei, ne? Das ja auch. Hey, Jochen, wir haben schon ein paar geschafft. Wir haben schon ein paar geschafft. Quietschehändchen... Also, wir haben... Also, das waren die kleine Automatoren. Aber wir haben ein bisschen was geschafft. Es ist nicht unschaffbar. Du musst ein bisschen Glück haben. Und Geduld. Und... Sexy Piep. Hä? Ja... Die Figur, meine ich? Die Figur... Probieren? Die... Ja, welche denn? Die? Ja, aber da macht doch halt wer. Die muss man so weit ziehen. Ja, aber das ist mal was anderes. Also, du musst... Ja, genau. Du musst hier mit diesem Stift da runter... Und dann die immer so ein Stückchen fort ein bisschen runter fliegt. Aber du siehst halt da schon, wenn das so lief, dass du halt keine Versuche brauchst. Ja, genau. Ja. Das... Oh, Rani, du Süße. Der Mondmädchen. Ich zeig nur den Rand. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaub, der geht halt nicht so weit. Einmal. Ja, das ist halt nur ein bisschen Stückchen, ja. Und Geld. Du hast echt gehört, oder war der Zug dran eigentlich? Ja. Ja. Ist ja ein bisschen... Äh... Ja, du... Also, die sind alle so gebaut, dass du mehrere Versuche brauchst. Aber manchmal kannst du's auch leichter kriegen. Also, manchmal... Manchmal greift die stärker zu, manchmal schwächer. Das ist halt auch ein bisschen ein Glückspiel. Also, ein Glückspiel. Es ist halt ein bisschen Glück dabei. Naja. Sechste Pile am Automatisch. Dann läuft's noch besser. Ich sag dir. Pass auf. Der merkt es. Und dann geht's leichter. So. Ähm. Ähm. Guck. 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 Ey, du, das war... Ich wollt's so gerne. Ich wollt's so gerne, äh... So. Weil ich mochte St. Gohan immer gerne. So. Ja, diese Acryl-Dinger, diese Plastik-Dinger gibt's voll oft. Da muss man schneiden. Oh. Und hier ist ein Messer. Und du musst mit dem Messer da dieses Band, das durchschneiden. Hier das da. Ja. So. Will man auf keinen? Ja. 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 Wie gehen wir... Wir gehen gerade durch den Laden durch. Muss ich mal aufpassen, dass ich keine Leute filme. Und das Messer ist stumpf. Ne. Du musst ein paar Mal schneiden einfach. Also, es... Ich weiß. Ich sag das Ding ist ja... Also es ist klappt. Wir haben es ja auch schon geschafft. Ja. Die Noah hat eine Figur... Ich hab eine Figur. Ich hab sogar eine Instagram Story hochgeladen. Gestern. Wo äh... Also ich hab eine Instagram Story hochgeladen. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, da seht ihr, dass ich eine Figur gewinne. Es geht schon. Man muss halt ein bisschen Glück haben. Nee, der Körbis ist Ripp. Oder was meinst du? Willst du es nochmal probieren? Nee, ich krieg's ihn nicht hin. Boah, ich weiß nicht, Chad, was sagt sie hier? Nochmal oder lassen? Ich find, er hat halt nicht, dass ich halt gar nicht probiere. Ja, ich weiss nicht, ich denk mir halt, dass die Kralle manchmal stärker, manchmal schwächer zuzieht. Das ist, wie gesagt, wenn du so eine Slotmaschine bist, das ist auch, einmal hast du mehr Glück, einmal das weniger. Aber schau, wir haben immer so gute Leute spielen sehen und die haben manchmal in Maschinen auch nur einmal probiert. Ja, ja, ja. Und dann haben sie es gelassen und sie haben nur weiter gemacht, wenn es sich bewegt hat. Ja, ja, ja. Willst du hoch probieren? Aber oben ist nichts mehr. Oben ist nichts mehr. Oben ist ein Automaten. Ja, ja, ja. Oben ist so eine Spielehalle. Ja, ja. Wie gesagt, sorry, der Körbis ist nicht rund, das ist kein Körbis, du wirst dich. Ich glaube, wenn du den aufmachst, dann geht das da oben, ist er. Okay. So, wie gesagt, es geht. Wir haben es ja selber schon probiert. Nur manche Automaten, da geht es leichter, manche geht es schwieriger. Aber du brauchst bei allen Automaten noch einmal, wie gesagt, mindestens ein paar Versuche. Ähm, weil wenn das ja nicht so wäre, ja, dann würden die keinen Gewinn machen. Also wenn du jetzt, also wenn du, wenn es mit dem First Try ginge, dann, ähm, warte mal, danke, shit. Ja. 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 Wie ist die Behandlung? Vielen Dank! Und, ja gut, Martina, vielen Dank euch beiden! Ich fliege in drei Wochen auch nach Pakistan. Hä? Gut, da sind wir ganz einer. Aber ich wünsche dir viel Spaß! Gibt's in Japan noch Spielotheken? Ich kenne... Ja, gibt's, aber versteckt, weil's illegal ist anscheinend. Kannst du in den Family Mart gehen? Ja, was machen wir denn? Nächste Woche habe ich die vorletzte. Ja, da bin ich ja schon wieder aus Japan zurück. Da feiern wir dann aber, oder? Äh, naja, da sind wir kurz davor. Vielen lieben Dank nochmal! Dankeschön! Oder cool, aber Tina muss dich küssen! Was denn? Nächste Woche müssen wir nicht spielen. Ne, stimmt, nächste Woche bin ich nicht. Also, wir kommen im Sonntag. Jaja, stimmt, nächste Woche noch nicht. Family Mart, schreibt der Trashplop. Warte mal, hier ist da nicht auch eins? Äh, äh, ich glaube nicht. Hä? Was ist denn das? Was ist das, Chat? Achso, das ist Pachinko. Da ist Pachinko. Okay, das ist Pachinko. Ja, wir gehen die Straße lang. Die lache, ja. Ey, noch viel Dank. Pachinko und Martina nochmal. Dankeschön! Und, äh, für alle Leute, die wirklich... Wenn ihr jetzt glaubt, ey, das wird nichts. Vertraut uns. Das, 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 das geht. Pk Chorchomachet. Pk Chorchomachet. Was darf es sein? Schuhrad, ich glaube, diesen Dienstag nicht. Ich glaube, diesen Dienstag nicht. Ich glaube, es ist der letzte Stream. Und nächste Woche ist es komplett. Aber dann... Das ist richtig geil. Ich liebe das. Da ist Vitamin C drin, aber es schmeckt nach Limonade. Pk Chorchomachet. Ja? So. Vitamin strong. Vitamin strong. Soll ich den Chat entscheiden lassen, was ich mir zum trinken hole? Und egal, was er sagt, ich hole mir eins. Aber kein Kaffeechat. Aber kein Kaffeechat. Okay. Okay, Chat. Ihr dürft entscheiden. Ah, scheiße. Wir schreiben jetzt alle was anderes. Wo hol ich? Hol ich eins in den Chat. Kaffee. Ja, Baby, klar. Nummer 160. Hä? Achso. Also, das ist der Preis. Das ist der Preis. Ah, meinst du das? Bocari Sweat. Ja, Bocari Schweiß gibt es hier auch. Warum kein Kaffee? Weil es spät ist. Das Lilan in der Mitte. Das ist wohl ein paar Kaffee. Soll ich das nehmen, Chat? Vitamin strong, Melina Bambilis. Erdbeermilch in der Dose. Was? Erdbeermilch in der Dose hätten wir auch. Warte mal, filmst du? Filmst du? Da bin ich... Was? Was? Erdbeermilch in der Dose. Ich hole etwas. Es gibt aber auch Heißgetränke. Hier hast du 100% gewünscht. Hier habe ich 100%! Es gibt auch Heißgetränke. Die sind wirklich hot. Rottee, schwarzer Tee. Da ist halt alles gekauft. Die Erdbeermilch. Alle wollen Erdbeermilch in der Dose. Ich merke, das ist ein kleiner Favorite. Hier ist auch ein Pogestecker. Für sich Nektar auch Nektar. Soll ich? Okay. Soll ich die Erdbeermilch mir... Ich nehme die Erdbeermilch in der Dose. Chat, ist das okay, wenn ich... Hast du 10er? Ja, ich habe ein paar 10er. Die Erdbeermilch ist nicht warm. Die ist kalt. Die Erdbeermilch ist kalt. Die Erdbeermilch ist kalt. Das ist kalt. Das war aber so, was Rot ist. War. Oder... Foto. No. Hat er eine Maske? War das schon 100er? Das waren so die... Oh Gott, ich habe... Ich habe keine... Na. So viel Geld. No. Oh. Warte. Ah, schau. Ich habe noch einen 10er. Ich habe noch einen 10er. Aber du warst noch 14. Ja, okay. Ich habe ein kleines freches Bauchtisch. Mhm. Da habe ich alles drin. Zum Beispiel? Bankomatkarte. Meine U-Bahn-Karte. Hotelkarte. Und... Meinen Reisepatten. Stopp. Grenzwertig. Meine Powerbank. Gut. Schlüsselanhänger. Mhm. Was für ein Schlüsselanhänger? Was für ein Schlüsselanhänger? Was für ein Schlüsselanhänger? Was für ein Schlüsselanhänger? Wer hat den denn gezahlt? Nee, das war der. Ich dachte, das war noch der andere. Von Undertale. Von Undertale. Hehehehe. Und? Was habe ich hier noch? What's in my bag? Eine Rechnung vom Family Man. Okay, wir kaufen jetzt die Milch. So. Wir kaufen jetzt die Milch. So. Haben die Leute eh gesagt, die Erdbärmilch ist gut? Mhm. Okay. Erdbärmilch war beliebt. Dann? Also das Interesse an deiner Kreditkarte inklusive Nummer ist sehr groß, falls du diese Info rausgeben kannst. Nach Japan ist die... Ja stimmt, da ist die komplett leer, die wird dann eingezogen. So. Okay. So. So. Ein kleines Döschen. Ist wirklich nicht groß. Mhm. Aber die ist genauso groß wie... Du. Ist aber süß. Ist das wirklich jetzt Erdbärmilch? Das ist Erdbärmilch, ja. Es riecht nach Erdbärmilch. Es steht auch Erdbärmilch drauf. Schaut jetzt, kannst schauen. Wollt ihr trinken? Man sieht sogar, dass es vielleicht rosa ist. Wollt ihr trinken? Trink mal. Du schaust sehr verdurst aus. Du hast noch nicht viel getrunken. Trink mal was. Trink mal. Trink mal. Trink mal. Sehr vorteilhafter Schott. Trink. Trink. Du musst ein bisschen mehr trinken. Du hast hier wieder Kopfschmerzen. Trink. Trink doch mal wieder was. Komm trink. Oh Gott, meine Augen. Mein Rücken. Das glaube ich, wenn die Oma sagt, die Augen bleiben stehen. Das schmeckt sehr wässrig. Echt? Ja. Das schmeckt parfümiert. Parfümiert? Ja. Ja. So kalt mein Hände zu tun. Toni. Hast du schon probiert jetzt? Ja. Achso. Und? Ja. Wirklich? Ja, ist okay. Ja. Trink doch mal. Mönchel. Mönchel. Trink. Okay. Mönchel. Du kannst den QR-Code scannen, wenn du willst. Warte. 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 Ja. Okay, das lieb. Danke. Ich hatte schon sehr viel Milchbauchschmerzen, weil das ist trotzdem Milch. Ich glaube, die ignorieren das, die Laktose trinken. Die ignorieren das? Die trinken trotzdem mal so Milch. Okay, gehen wir weiter. Geht nicht zu viel gewackelt. Da wird kritisiert an meiner Kameraführung. Was sagst du dazu? Frech. Was ist das? Erdbeere und Milch. Hätte er mal die strong Vitamine genommen. Ich habe mich sehr bemüht, nicht zu wackeln. Ich auch, aber es ist gar nicht gezittert. Ich konnte es gerne. Ja. Ah, da. Das ist der Beweis. Okay, gehen wir weiter. Also ich... Tu die meisten mit Laktoseintoleranz. Wir gehen weiter. Oh, hier. Danke für die ganzen Follow-up. Vielen Dank. Danke. Wir gehen weiter. Holt euch da was gegen... Ja, super. Wir würden... Wir würden jetzt... Weißt du, was wir uns holen? Was uns herzerwärmt? Die Greifautomaten. Ne, warte. Wo müssen wir da hängen? Keine Ahnung, wo es noch welche gibt. Ja, ich will... Die großen, in denen wir lange waren, das halt schlecht wegen schlechtem Internet. Aber es gibt keine mehr? Ich kann nicht mal googeln, weil ich... Ah. Ich bin ja da lange nicht. Es gibt doch bestimmt noch ein paar Automaten, wo wir hingehen können. Wir können ja auf die andere Seite. Wir gehen auf die andere Seite. Wir müssen doch noch den Bahnhof durch? Ne, da. Dann können wir auch noch. Okay. So. Da haben wir Geld gelassen. Einiges. Ich habe da hinten... Ah, hier? Ah, ja, 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 ja. Hier, hier, hier. Das ist... Ja. So, das geht doch her. Gut, wir gehen mal hier doch. Ey, ich hoffe, jetzt werden wir nicht abgezogen. Ich hoffe, dein Internet bleibt. Ich hoffe, dein Internet bleibt. Aber bis jetzt läuft's. Ey, ich hoffe, jetzt kommt nicht der Räuber ums Eck. Und du haut mir irgendwas am Kopf. Au! Die Neue hat... Die Neue war's. So. Aui. Dann ist die hier durch. Hallo, Ayumi. Die Straßen sehen epil aus. Ja, ey, es gibt überall diese für blinde Leute. Diese Streifen. Überall gibt's die. So. Drugstore. Ah, da gibt's... Was? Da ist ein 7-Eleven. Da ist ein 7-Eleven. Da ist so ein Store wie hier in Chilas Arts. Okay. Das ist wieder der Gigo. Ich meine, wir können auch noch mal in den Selben reingehen und dann noch mal durchgehen und schauen, ob wir irgendwo einen Schnapper machen können. Ja, die, was schon ein bisschen vorgespielt haben, die schon ein bisschen am Automaten gewackelt haben und dann kann man wieder rein. Und noch... Und wir müssen noch ein paar Pommes holen. Das müssen wir auch, ne? Klar. Drogen endlich, da haben wir doch die Maymay. Oh, 26 Prozent nur noch. Ui. Ich hab' aber schnell. 26 Prozent habe ich nur noch. Ich muss mein Handy kurz an die Powerbank anschließen. So. Gut. Yves Luna. Selma, mein Hübscher. Wie geht's dir? Ich bin in Japan. Ich sag' dir, ich geh' da jetzt rein und ich mach' den Laden leer. Such' dir was aus. So. Da ging's, oder? Das ist auch deutlich mit Mützen. Warte, okay. Ich muss mir kurz in die Kamera... So. Okay. Wir sind wieder drin. Im Laden. Und jetzt wird gewonnen. So. Die Devise heißt, Sieg. Hahaha. Okay. Ich nehm' alles, was knuffig ist. Ich bin da drin. So. Ähm. Hast du deiner Freundin schon gesagt, wie toll sie ist und wie sehr ich ihre Jacke steht? Hen und Börn. Äh, Noah. Ja? Der Hen und Börn sagt, meine Jacke, die steht dir ausgezeichnet. Das hat mal lieb. Und die steht dir super. Sehr lieb. Gestern hast du sie auch gewonnen. Da hat man meine Story gesehen. Richtig. Ja, ist mir keiner. Aber es glaubt mir keiner, dass man die auch gewinnen kann. Was denn? Für dein Tayaki. Für meine Katze. Oh. Hier den da. Sollen wir den holen? Sollen wir den holen? Ja. 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 Easy. Es ist auch nur noch einer drin. Das ist oft ein gutes Zeichen. Aber da sind überall noch einer. Also ich glaub die... Oh. Ha. Oh Gott, ein Onigiri. Oh, der ist aber wieder so unmöglich, oder? Oh, ich will nur Onigiri. Oh, ich will Onigiri. Oh. 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 Warte, warte, warte. Nimm mal kurz die Kamera. Mit dem Kopf im Onigiri. Mach mal süß. Adoptiert alle. Nehmt alle. Das ist leider keine Ahnung. Ich bin so froh, dass ich diese blöden 1 Yen hab. 1 Yen. Da kannst du nichts damit machen. 1 Yen ist weniger als 1 Yen. 1 Yen gehen. Brauchst du noch? Äh, ja eigentlich nicht. Ja komm, die Leute hier... Wie heiß ich? Ne, Chirusan und so. Wie wenn wir hinterher auf unser Konto schauen. Ja. Warte mal, ich hab doch irgendwo... Warte mal, ich hab doch irgendwo... Habe ich den 5.000 gegeben oder so? Hier, Noah. Und du? Ah ja. Ich hab die 1.000 gegeben. Oh cool. Wie gut hat die? Ich hab den 5.000 gegen 1.000 gegeben. Ja. Du musst noch eine holen. Okay. Ich kann Ihnen in der Zwischenzeit aber auch schon mal 100 geben. Aber ich hätte... Den hätte ich gern. Aber das ist doch wieder so unmöglich, oder? Bestimmt. Was sagt sie, wie hoch ist unsere Wahrscheinlichkeit? Oh Drach, das ist ja auch schon mal 100. Danke für 15 Monate. Dankeschön. Chat, was sagt sie? Probieren oder nicht? Let's go. Ja, ja. Es geht vor. Aber ich meine, da sind schon einige draus. Probieren wir es. Hier, nehmen wir erstmal meine Westen. Könnt ihr schon mal starten? Ich hab auch schon einen. Ecke ringte oder vor, würde ich sagen. Die Stimme hat schon wieder 4 Stücke gegeben. Ja, wir müssen da... Okay, film mal. Das wäre was für die Rosa Onigiri. Das wäre was für uns. Ja, ja, ja. Aber weil es ein Onigiri ist. Zieh mich aus dem Automaten los, schreibt Rosa Onigiri. Okay, okay, okay. Warte. Ich geb dir die Powerbank. Hast du? Mhm. Wo? Okay. Ich warte aber auf die Stefanin. Weil die soll dabei sein. Ach so. Gebt mir jetzt... Gebt mir ihr... Ich weiß nicht, ob das ihr Geld ist. Aber es hat sie mir gehört. Sie kann ja einfach von unserem Geld dann das nehmen. Okay. Aber die will sich ja zuschauen, oder? Weiß ich nicht. Stephanie! Rede mal mit dem Chat. Ich würde mich gerne zulegen und da bleiben. Es sieht aber nicht so bequem aus. Ey, der Automat hier war leer. Ich glaube, sie ist vielleicht eine hochgegangen zum Wechseln. Und das ist sie nicht, diemanas hier zu machen. 1,000? Dann kriegst du 5,100,000? Der Onigiri ist die Mühe wert! Ah, ok. Was? Der Onigiri ist die Mühe wert! Der Onigiri ist die Mühe wert! Ok, wir probieren den Onigiri. Man, der Stream ist zu gut, aber ich muss eigentlich noch für den Urlaub ein. So, so haben wir fünf Tries, fünf Tries, aber wenn es so schlecht ist, wenn es so schlecht ist, wir müssen uns ran tasten und schauen. Ja. Okay, für wie müssen der jetzt eigentlich? Ja, für die Steffi, oder? Für mich. Ja, weil du hast ja uns, die Leute haben durcheinander, deswegen. Ich kann doch nicht schlafen. Wir probieren es mal. Ja, geht eh nur so, oder? Ja. Schau, wie er schon nach unten schaut. Er ist bereit zu gehen. Er sieht? Freiheit. Soll, ach. Aber es ist ja so nah am Plastik. Aber wenn die greift, dann bleibt. Was soll man machen? Was sagt der Chit? Der will mit euch. Er will da raus. Das sah so gut aus. Er will in eure Arme. Beim nächsten hast du ihn. Fast. Ich mag die Motivation vom Chat. Das ist wichtig. Der Sonigiri will mit. Fast. Rosa Onigiri schreibt, ja, ich bin fast draußen. Soll ich jetzt fünf reingeben, oder nur eine? Mach das nur. Eine. Greif am Arsch und rüberkippen. Aber ich glaube, es geht nicht so gut. Ich verstehe die Idee, aber ich glaube, es... Hast du mir was denn? Okay, okay. Halt eben, dass alle Leute durch müssen. Warte. Pass auf das Plastik auf. Du triffst so das Plastik. Ja, okay, dann so. Ich weiß nicht. Aber da kann ich nicht. Ich kann nicht weiter rum. Dann mach mehr nach da, oder? Hm. Ich würde auch sagen, ganz stück zu dir. So? Ah. Ich glaube, so ist gut, aber... Jetzt liegt er wieder da, der Trottel. Dieses blöde Gesicht. Dieser Arschloch. Ist da vielleicht ein Mitarbeiter, der uns helfen will? Alle schreiben, no, ach man. Nein. Das Ding ist, du musst so ein bisschen Lack haben, wenn er nach oben fliegt, dass er da irgendwie in die Karte oder runter hat. Holt mich da raus. Er lacht dich aus, der will mit. Soll es noch rühren? Das ist doch beschiss. Wie gesagt, wenn das beim ersten Mal möglich wäre, dann würde ich hängig mitmachen. Das ist ja... Weiter hinten greifen. Wann aber, würde das jetzt tryen? You get the first try? Ja. How? Ich bin auch da. Achso, ja, perfekt. Okay. Hey, du hast den ersten try gemacht? Wie? Aus hier? Ich war oben auf der Körbe. Als Anderes hat da ein Münster mit drei gesteckt und ich will es nicht, dann habe ich hier hin und habe mit first try gekriegt. Ja, wie? Was für ein Gästen sitzen? Scheiße, ich will sowas gegelt werden. Soll ich den noch mal probieren? Okay, du gibst einen Tipp. Ja? Du hast ja schon einen. Ja. Wie viel Äpfel hast du? Wir haben ihn immer kennengelernt. Sagen wir noch mal? Die Deutschen sind überall. Die Deutschen sind überall. Sagen wir mal probieren. Okay, okay, komm mal. So, was sagt dein Gefühl? Meisterin. Sagen Sie. So weit an, fangen wir nach links. Ja. Ja, okay. Ja. Okay, sehr gut. Okay, sehr gut. Gut, ich bin immer noch ein bisschen. Oh. Oh. Ja. Oh. No. Ja. Oh. Oh. Er hat den Kopf angedickt. Er war so gut. Gut. Jetzt grinst er ein bisschen durch. Jetzt grinst er ein bisschen durch. Oh. Ja, er war auch schon... Oh. Ja, er war auch schon... Das sieht nachvoll aus. Oh, die Sau! Danke für den Versuch. Das war jetzt kein... Bitte geh! Ich hab auch schon über den nachgegangen. Versuch nochmal den Popo, oder? Was sagen die Leute? Danke schön! Und viel Spaß mit deinem Preis! Das war hier? Wir sind übrigens auf Twitch. Ich weiß nicht, möchtest du winken? Live im Stream? Das war unsere Helferin. Mit ihrem Kirby. Oha! Dankeschön! Aber schönen Abend noch! Danke, tschüss! Hallo Helferin! Ich kann das nicht mehr! Sollen wir es nochmal machen, tschüss? Will uns nicht ein Mitarbeiter nehmen? Der Kran wurde schwächer. Same. Aber vielleicht wurde es wieder stärker. Rosa Onigiri muss jetzt einkaufen. Jetzt musst du ihn kriegen. Ja! Wie sehe ich eigentlich auf Donations und so? Ähm... Mit dem Drücken da und dann da. Oh, ist auf jeden Fall was... Oh, Babsi! 5 Euro! Babsi! Für das große Onigiri! Wir haben eigentlich... 5 Euro! Äh... 5 Versuche! Äh... Babsi, danke für 5 Euro! Vielen Dank! Dankeschön! Äh... Schwächer erhebt mir wieder vor! Babsi, dankeschön! Gebt der Kralle mal eine Dose Spinat! So was jetzt noch... Wisst ihr was... Was... Feiheld wäre? Wenn die Kralle in dieses Onigiri rein... In die Tasche? In die Tasche! Ich glaube, dann hält der den, glaube ich, trotzdem nicht hoch. Ne? Sollen wir das probieren? Die Babsi hat gerade hier... Komm, für die Babsi! Babsi hat gerade einen Versuch! Komm! Okay! Kannst du es probieren? Aber meint ihr das klappt? Was sagt ihr denn dazu? Das klappt, Babsi? Mir aufspießen? Ja, dann machen kann er euch... Gottes Waffel! Aber in das Täschchen... Einfach aufgespießt! In das Täschchen! Komm, ich wo jetzt? Nein, die Kralle hat keine Kraft! Ich glaube auch nicht, dass es klappt! Die Kralle ist zu schwach! Ich sag das auch! Aber... Rutscht ab! Weiter hinten greifen! Könnte klappen! Ich kann nicht weiter hinten! Okay! Ich probier's! Ins Gesicht! Obwohl... Na gut, okay, das... Ah, die rutscht links raus! Ah, scheiße! Ach! Ah, keine Ahnung, die krieg ich nicht! Wo ist dein Mitarbeiter? Ich stimme nur an Chat zu! Die große Kralle ist schon müde! Aber jetzt war sie wieder... Komm schon nach X, meinen wir, die Kralle ist stärker! Ach, an der Kante! Jetzt... Jetzt... Da liegt es an der Kante! Soll ich den Dude tragen, wo man uns helfen kann? Aber nicht, dass der wegen Stream... Wir verstecken den Stream! Die sind gar nicht da! Ja! Kannst du das probieren? Was mach ich? Soll ich es nochmal probieren, oder? Jetzt hinten greifen auf die Kante und rollt er raus! Nochmal genauso, dann wird das was von hinten angehen! Alle sind so motiviert gerade! Das ist doch nicht direkt Geld! Okay! Ich sag... Naja, aber ein paar... Das war schon sehr... Ist Babsis Geld! Ist Babsis Geld! Ist Babsis Geld! Okay! Ist Babsis Geld! Und der coolen Martina und hier und... Ja, nicht aufgeben! Nochmal! Oh, wie alle hier süchtig sind! Okay, komm! So... Kannst du nicht weiter nach links? Ich wollte in die Tasche rein! Du kannst nicht in die Tasche rein! Ich... Aber das wollte ich vorhin! Ja! So? Äh... So? Komm! Aber direkt in die Fresse! Es ist schon auf jeden Fall hinten! Oh! Oh! Ihr schafft das! Fast! Glücksspiel triggert uns! Nein! Ah! Ich weiß es nicht! Ich mag einmal! Okay! Die Noah will einmal! Okay! Jetzt macht die Noah! Okay! 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 Die Noah macht! Die Noah macht! Er will so sehr! Ja! Ich will ihn schon haben! Ich mach den Rest da wieder rein! Ja! Okay! Die Noah will! Er muss nach vorne kippen! Noah macht es! Die Noah macht es! Das ist auch ein paar Mal! Da geht es schon! Mrs. Quincy! Vielen Dank für den ersten Monat! Dankeschön! Okay! Noah! Was sagst du so? Äh... Ja! Könnte! Haben wir irgendeinen Progress gemacht? Ich weiß nicht, ist es besser, wenn er sitzt. Er ist noch nie gesessen davor. Chat. Ich wende dir wirklich mal. Naja, er sitzt mittlerweile. Naja, er sitzt mittlerweile. Lass mal Steffi ran. Okay. Steffi Thomas auch nochmal. Steffi komm, komm. Okay, okay, okay. Noch mal drückend allen Daumen. Okay. Man soll es? Der kleine muss immer nicht mitarbeiten. Warte, da kommt Mitarbeiter. Warte, keine Mitarbeiter, kein lebt mit mir. sich fragen tippt tippt oder ja okay noch mal ein noch dass der letzte der gold ist gold da war nicht wollte vor rosa weiter 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 der bleibt nicht dass er im plastik hängen bleibt so ich glaube was sagst du versuch mich nicht ganz leicht nach hinten versetzen dass er nach vorne ich kann nicht weiter nach hinten er ist am maxim okay ja dann okay steffi hat alles ich glaube das war es no alle sind traurig so man den probieren dafür okay okay schweiß drauf der ist unmöglich wir machen ihn wir machen tun wir leid ja ja okay wir machen ja aber first try warum gewinnt ja nicht einfach es gab eine 5 euro spenden das hobby ich schalte um drangene titan ja ich kann mich schon wieder sorry was sagt die drangene titan ja es ist vielleicht ja steffischen geht da rein was macht das mal tauschen das mal tauschen das ist für die steffi jetzt ja steffi jetzt drangene titan sagt ihr könnt auch was anderes probieren okay dann ist so so ich kann das bei dem gar nicht einschätzen ich auch nicht die kralle ist so groß und er ist so klein und er ist so klein ja so klein steffi ist ready steffi ist ready okay ich will heute da muss was das mutter muss wir wissen ey ist wir müssen warum kann ich die nicht scharf stellen es muss sonst sonst kriege ich wo war es den laden wenn aber hoffentlich hängt nächstes jahr von uns ein poster dann den scheiß laden so nee der trifft das plastik denk dran ja noch ein stück ja so ging der weiter auseinander der ging nicht weiter auseinander okay dann was klingelt denn da für ein kleingell die ganze zeit das ist das ist meine schuld gewesen war scheiße glücksspiel kann süchtig machen jackpot dass das nicht so schlimm ist wie was passiert hier lange jemand hat ganz viel kleingeld gewechselt der 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 oje das ist ein mitarbeiter ach so das ist ein mitarbeiter so hier so noch weiter 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 aber warte so so ne ja ja ach komm ja weiter wär nicht gegangen er ist aber gegen den Bauch drin das gewicht ist gut geh rüber du Arsch aber wenn er was sagen sie dazu Steffi oh da lagen 100 Yen oh ich hab halt das Gefühl egal was ich mach dann ist es immer dasselbe outcome er geht hoch er lässt los deswegen weiß ich gar nicht ob das kurz jetzt wieder nach Deutschland kommen er geht es erstmal in Genshin rein sk guck los ich hab das Gefühl ist es immer dasselbe Vielleicht sollten wir lieber wieder zum Pommes gehen. Ich denke, er ist Plastik, der war gerade knapp. Er hat gefragt, ob es okay war mit dem Mitarbeitenden. Die Leute schreiben ja mehr Pommes für den Chat. Die Flüschen. Ja, wenn er jetzt nicht loslassen würde, wäre er schon ganz gut. Er strempft das keiner nicht. Aber wie soll das denn gehen? Er lässt doch immer oben los. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt. One ID! Wie soll man noch zum Auto ohne Giere gehen? Okay, Steffi, okay. Mein letztes Geld ist das! Heute habe ich schon alle Emotionen durch. Ich denke an das Plastik noch. Ja, so ist es besser, glaube ich. und vielleicht noch mal ein paar Pommes machen. Ich glaube, die sind also sehr sehr starke Pommes. Hallo, die sind aber auch schon zu einfach, weil ich weiß nicht, dass ich sie so zu essen habe. Oh, ich habe noch mal ein bisschen. Oh, ich habe noch mal jetzt mal so viel weg. Das ist aber schon am besten. Ich habe noch mal so viel weg. Ich habe auch so viel weg. Sternchen Blub hat 20 Euro donated für Onigiri-Chan. Ja, lass! Ja, lass! Okay. Danke, Sternchen Blub. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Vielen Dank für 30 Euro. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für das Programm. So, okay. Ja, ja, ja. Denk hier auch ans Plastik. Ja, ich kann nicht weiter nach links. Ja. So? Oh! Ich treffe rein, bring in raus. Treffe rein, treffe rein. Ja, ja. Ja, ja, ja. Was hältst du davon, ein bisschen weiter in die Ecke zu gehen, dass du den vielleicht ein bisschen anhebst und er nach vorne fällt? Hat in dem Automaten schon irgendwann mal irgendwas gewonnen? Scheinbar ja, weil da ist leer. Ja, da ist leer. Ja, da ist leer. Hier, hier kann man nicht schieben, das funktioniert nicht, weil hier ist halt dieses... Ich stelle hier, wo du den ein bisschen weiter hinten greifst und dass du den vielleicht... Oh, ich habe... Was? Was? Was für letztes Geld? 10 Euro. Vielen Dank für 10 Euro. Und 100 Bits von Dr. Mario Cain. Und Dr. Mario, vielen Dank für 100 Bits. Och, wer war das denn? Wer war das gerade? Was, was? Vielen Dank, danke schön. Alle wollen das auch nicht gierig. Danke für 10 Euro. Vielen Dank für... Oh, okay. Ach, leider vielen Dank. Ich wollte alle den Brünscheiß-Euregen-Giähnen haben. Ich bist die teuerste Uni-Euring jemals. Ich kann... Mehr nach links, oder? So? Mehr nach links. Okay, vielen lieben Dank für Pola. Bei mir ist Freude mit Frustration gemischt. Okay, so. Oder soll man was ganz komisches? Was ganz komisches? Was ist denn was ganz komisches? deine zeit läuft schon der doppelhandkantenschlag es ist dieses dieses er war es nicht ich habe ich habe nichts mehr haben wir noch was sagt ihr oder Wir gehen nicht ohne den Flausch. Der Onigiri schreit, holt ihn da raus. Warum holt er ihn nicht raus? Es geht nicht! Ich weiß, was ich tun soll. Pommes. Ente. Ente. Äh, Ente? Scheiße. Ich habe meine Verbindungsthemen aufgebaut. Ohne gehen wir nicht. Pommes. Pommes. Onigiri. Ente. Pommes allem? Okay. Ah, scheiße. Okay, Steffi, hast du noch vielleicht ein... Ich muss da drangehen. Ja, du hast doch noch das von der Noah, oder? Ja, das hat sie ja für uns gewechselt. Ja, die hat der Noah. Ja, die hat der Noah. Ja, nimm doch mal wieder kurz. Okay, okay. Für die macht's uns arm. Lässt es mal gleich auf den Kasten vor. Ich bin... Muss ich aber einen nach oben geben? Ja, Steffi, ich muss einen hoch. Wir lassen Geld wechseln. Okay. Aber willst du da jetzt echt weitermachen? Viele Leute haben Pommes gesagt. Okay, Chet, was machen wir? Ich weiß, er liegt da so dumm. Es geht nicht. Es ist impossible. Ich wüsste nicht, was ich noch tun soll. Ich würde gerne in die kleine Bauchtasche da rein. Aber es... Hier. Hier. Hier kommt viel Geld daher. Oh, dankeschön. Oh, ja. Ich finde aber schön, wenn du dich hinterhalten möchtest du extra daneben greifst. Das ist so süß. Oh, du schweil, du. Oh. Oh, Reisgag. Danke für 10 Euro. Oh, scheiße. War zu laut. Reisgag. Reisgag. Vielen, mein Gott. War zu laut. Dankeschön. Oh, die finden wir für dieses Mord. Die wurden alle sich blöden scheiße. Danke. Okay. Danke für den Reisgag. Danke. Oh, vielen Dank. Danke euch. Das ist einfach zu laut. Okay, komm. Nochmal. Oh. Oh. Oh, danke für den Support. Okay, nochmal. Soll ich einfach 5? Sollen wir jetzt einfach 5? Jetzt aber gleich 6, 5 von euch. Okay, das sind die letzten. Wir geben 5 rein. Das sind die letzten. Und dann gehen wir zu was anderen noch. Okay? 2, 4, 5. Nach dem Streamen muss Puzzi erstmal seinen Kredit bei Steffi zurückzahlen. Ja. Okay, wir haben 5. Das Geld ist nicht. Vielleicht ist der Automat so, dass er bei dem jetzt besser in den Griff ist. Okay, wir haben jetzt viel reinkommen. Okay, 5. Das sind die letzten. Wir kriegen schon einen Krebspuffel. Ich glaube, man muss ihn ganz ohne die Wand rausheben. Die Wand könnte auch die Kraft zu arg verteilen und von der Seite gegen die Kralle drücken. Also, ich glaube, sie meint, dass du es nicht so drüber hebeln kannst. Was soll ich denn tun? Wie soll ich denn tun? Scheibe einschlagen. Was soll ich denn tun? Der Boy ist halt zu mollig. Okay, komm. 5. Aber dann, ich glaube, musst du auch 5 tun. Was soll ich jetzt machen? Naja, musst du direkt 5 reinschmeißen, oder? Ja. Ja. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ja, jetzt sind 6. Ja, jetzt sind 6. Du hast 99 Sekunden für alle wahrscheinlich. Für alle? Oder ehrlich? Glaube ich nicht. Aber mach immer den ersten schnell lieber. Was mach ich jetzt nochmal? Naja, versuch ihn einfach rauszuheben. Nicht weit hinten, einfach so mittig wie möglich. Pass aufs Plastik hier auf. Du! Du trägst! Du trägst auch! Ja, der ist gut. Jetzt komm mit! Komm! Komm! Dusch! Komm jetzt! Komm jetzt! Komm jetzt! Wie sieht es mit der Zeit aus? Ja! Ja! Automat treten! Oh no! Ich geh auch noch mal Geld weg. I m possiblu! I m possiblu! I m possiblu! Im possiblu! Ich glaube, Pay to win funktioniert hier nicht. Patron? Pay to win! Achso! N xO! Bin auch schon auf der Lid! er ist weiter weg schau wie er schaut jetzt die machen first try die machen first try pass auf machen vielleicht läuft die zeit so ich glaube das geht nicht ich gehe jetzt in die tasche rein ich treffe in deine tasche rein wie der automat bei mir ich bin drin ich bin drin aber der hält den hinten ja gar nicht aber jetzt sitzt er wieder ja jetzt nicht mehr ich gehe in die tasche rein den flug haben wir schon bezahlt kein problem wir kommen nach hause ich gehe in die tasche wenn du möchtest so oder hab ich schon versucht den automaten anzuschreien putz die wand kommt pack opening aber die idee war gut hol den raus nicht doch hier in der öffentlichkeit wieviel hast du noch? ja zwei noch ich glaube wir müssen uns vom in onigiri verabschieden ich greife jetzt in die windel rein ich glaube die ist aber unten fest genäht oder? ja eben deswegen ja ich glaube da kommst du nicht rein so ich glaube man kann ihn nicht kaufen wenn man möchte nur? nein das geht schon so? das macht gar nichts also ich sag dir der ist lost so? so? der ist lost sag ich dir noch immer ich verstehe dich für die zu schreien ja ok schrei ruhig dran zusammen so? ich glaube das wird so nichts aber das wird so nichts womit soll der den halten? was ich weiß nicht was du da die idee habe ich nicht verstanden wir haben gesagt das war's wir haben gesagt das war's wir haben gesagt das war's ich werde mich doch von mir holen niemals tschüss onigiri darf ich noch einen? ja könnten sie mir einen gratis geben? eine meinung, eine meinung ende im geländer schade unmöglich Trauma kick putzi du solltest mir auf noah hören eingebrochen hören auf zu pommes schade darf ich bei euch schlafen? ach ok scheiße ich habe alles gegeben das war's auf zu ende das war's es hat nicht sein sein schade ah reiskeck wir sind wieder drin schreien nicht so die die mir schreien auch du schreist aber lauter nein aha ach so er hat auch vorher schon ihr habt ihr habt ihr habt ihr habt ihr habt ihr habt wir haben ein bisschen was verpasst glaube ich reiskeck hat vorher schon 10 und 20 subs haben reiskeck hier ich habe eine kick jetzt die haben wir gewonnen aber reiskeck hat nichts ich kann doch nicht einfach gehen ich meine einmal musst du jetzt für den reiskeck noch ich habe aber nichts mehr das wäre gewonnen Das Ding wäre jetzt bestimmt schon 40 Euro wert. Ja komm, das sind doch Gamescom Preise, das ist schon okay. Ich gebe dir einen Tipp, hol ihn einfach raus. Nicht fünfmal. Fünfmal? Preis gegen Feeling, Dank für den Support. Soll ich noch mal wechseln gehen? Ist irgendwie diese scheiß Bauchtasche rein oder was? Das bringt nichts, das hast du jetzt schon zweimal versucht und zwar noch viel schlechter geworden. Ja, aber wenn sie zweimal... Okay, dann okay. So. Ne. Was denn? Der hängt so am Plastik. Ich kann nicht weiter. Ja dann nach links. So? Ne, mehr ein bisschen nach links oder? So? Ja. Kann ich den Milchsteig reinfassen? Ne. Wenn ich den auf Amazon gekauft hätte, dann hätte ich ihn schon längst gehabt. Ja, aber dann hättest du ja nicht sagen können, ob ich den Milchsteig reinfasse. dass du ihn gewonnen hast. Ne, das kann ich jetzt auch noch nicht sagen. So? Ne. 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 euro ich glaube ich glaube ich habe nicht 20 schickt wer war das denn das seins fliegt schon der 20 monat okay danke schön vielen dank ja ich habe auch das jetzt ab mal 20 jahr viel dank da reis geht viel dank für 30 euro dann mal frauen power versuchen ich habe das gefühl dass es so rausgeschmissen die anderen die anders denn die können das natürlich das machen jetzt das machen die anderen gewinnen wie häufiger wie fühlt sich das an ok wir versuchen es mit kippen wir versuchen mit kippen ist wir versuchen es mit kippen wir versuchen es mit kippen ja kippen nur kippen wir kippen in 3 genauso wie die wir kippen in den 3 wir kippen in den 3 wir kippen kann nur camperein kippen ein kommen wir gehen ich hätte sowas lassen ich habe das gefühl dass ich habe mir helfen können Scheiße, ich glaube, der ist schwer halt auch. Ich glaube, der ist so scheiße. Die haben halt beide auch eine bessere Form, die die geholt haben. Ja, ey, noch mal. Wir hören nicht auf. Wir holen noch irgendwas. Reisgick, vielen Dank nochmal. Die Steffi hat eine bessere Baubank. Ja, aber dann wechsel mal. Steffi, kann ich deine Baubank haben? Okay, wir müssen... Sag tschüss zum Onigiri. Illusion. Tschüss, tschüss. Ja, es ist... Ich kann da jetzt noch... Ja, das... Ich bin wirklich gebrochen, bis sie gerade. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so scheiße ist. Ich wollte es cool machen. Ich habe ja auch schon gewonnen. Aber bis jetzt halt nichts. Außer ein Pommes und ein Kukiwuki in Kernen. Nee, der Pommes war natürlich super cool. Nee, nee, der war schon gut. Ach, green ministeriell. Aber das war auch noch nicht einfach. Du sollst... Komm, wir... Mach eine Kerzen... Kerzenparty für mich. Ich komm probar. Ach, okay. So, wir finden was Besseres. Wir finden was Besseres. Wer steht an? Okay, was war... Die Kleinen? Eine Kleine Anja? Sollen wir eine Kleine machen? Erst nimmt der Wurm das Geld ab und gibt's noch eine Baubank. Tsch, du brauchst eine Baubank! Ah ja, warte mal, weil die ist... die ist leer. Okay, so, warte mal. Ja, und Dankeschön. Weil sonst ist es bald finster. Geht? Geil! Ja, lebt, lebt, lebt. Geil, danke! Die Baubank ist am Start. Du hast sogar eine gute Baubank. Ich bin so eine alte. Ich weiß nicht, ob die gut ist. Die hab ich auch für Jahre. Die ist super! Chat. Ich bin sehr sauer. Noch einmal, ich hoffe auch die Leute, die jetzt so nettet haben, sind nicht sauer, dass wir es dann nicht weiter probieren. Aber das ist so. Okay, Stefanie! Anja! Du bist dran. Achtung! Schau jetzt zu. Stefanie, das ist jetzt für dich. Meine Anja? Du hast jetzt so viel. Du hast gelitten. Wir haben alle gelitten. Wir haben alle gelitten. Wir haben alle was mitgemacht. Emotional und auch körperlich und sehr gelitten. Aber das ist ein Ziel auf den Kopf. Ziel auf den Headshot. Das ist ja gut. Ja, oder? So? Das sagst du noch einmal in Call of Duty auch. So? Ein Final Buns! Für dig! Hey? Nicht so! Lass es vielleicht noch körperlich. Also da war ja. Da war nichts. Da war nichts, aber da hat er überhaupt gegriffen. Da war aber nicht so viel. Da gibt es nichts zu holen. Also da gibt es nichts zu holen. Was? Ein Otter? Ja, also der Otter ist wirklich schwer, oder? Das ging fix. Ja, aber manche gehen aber. Ich glaube, die machen mal ein. Geißgeck, vielen Dank nochmal. Halben Stunde machen die zu? Das heißt halbe Stunden? Leute, jetzt ist aber auch... Das ist aber auch Lärm. Was ist denn da so laut? Warum ist das so laut? Mach ganz leise. Soll ich den probieren oder nicht? Probieren. Probieren oder. Aber du musst machen. Nur wie macht der Otter? Weiß ich nicht. Wie macht der Otter? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja. Geht schon. Wir sind da. Drei graue Haare mehr. Keine Haare mehr. Okay? Ja. So ist okay. Ja. Der Kopf. Es wäre der Kopf gewesen. Aber da sind nicht viele Otter mehr drin. Achtung. Werdet Zeuge. Ne. Okay. Sollen wir jetzt noch mal rauf? Alter. Da spielt die. Oh, Sailor's Man. Oder wird jetzt ein Scheißspiel. Feierabend. Ja, wir gehen nach oben. Wir gehen nach oben. Wir holen... Wir müssen damit was raus. Wir können... Wir können ja nicht... Weißt du, du kannst ja nicht hier... Wie viel Geld haben wir... Oh, ich habe jetzt gar nicht mehr mitgezählt. Vielleicht hat irgendeiner von euch mitgezählt. Willst du noch Pommes holen, bevor alles zumacht? Nein, die gab's nicht hier. Ja, aber wollen wir nicht doch irgendwie... Komm, wir... Weiß ich nicht. Die Zeit haben wir. Wie wollen wir? Wir gehen noch mal rauf, oben. Wir kriegen noch was. Ich kann doch nicht... Ich kann doch nicht mit nem Pommes und nem Huggy Wuggy rausgehen. Wir... Wir... Wir holen noch was. Da ist noch was drin. Na, ihr tun die Physischen. Super weh. Ich bin da. So. Wo sind wir? Okay. Kirby. Willst du den haben? Ich weiß nicht, ob es ein Trauriger ist. Das kann ich auch schwer sagen. Ist das ein Trauriger Kirby? Keine Ahnung. Waren nur drei Versuche. Oh, der ist super. Ne, es waren nur drei Versuche. Ich habe vorhin nicht mitgezählt, aber es wird stimmen. Okay. Sollen wir den machen? Okay. Stefanie. 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 Das ist sie. Hoppi, hoppi. Stefanie, jetzt ist Zeit. Es ist Zeit. Es ist Zeit zu dominieren. Stefanie, das sieht aus wie ein Arsch. Jetzt reicht's aber. Ach, der geht gar nicht so weit. Das ist ein Kirby-Pupo. Das ist ein Kirby-Pupo. Oh, der ist süß. Ja, aber er ist noch drin. Okay, gut. Okay. Stefanie. Stefanie. Die Schluller schreit Stefanie. Kannst du ein bisschen zu dir? Ah. Stefanie. 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 Ah. Aber du musst nicht so drüber hebeln. Stefanie. Ach. Wir hatten so gut. Und damals. Oh, Steffi. Jetzt ist wirklich. Hey, ich hab nur noch 200. Ich geh wieder. Genau. Du. Ach. Du kannst du nicht. Warum nicht? Nenn mir einen Mund. Ich glaub mir, ob ich nicht kann. Geld. Okay. Ich hab mich schon bei der Frage, ob ich mitkommen möchte. So. Oh. Ja. 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 Steffi. Ja. 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 So sieht eine Gewinnerin aus. Ja. Ja. Es ist sogar im Stream. Ja. Wie fühlt man sich? Ich werde das hier nie empfinden. Wie ist das Gefühl? Sehr flauschig. Zurück zum großen Kirby. Das ist ein Zeichen. Ja. 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 Zeig ihn mal. Zeig deinen Preis. Oh. Ist der cute. Die Steffi ist der größte Kirby-Fan, den es gibt. Oh. Ja. Geil. Okay. Zettel. Jetzt spielst du ja die ganze Zeit diese Musik, wie heißt die nochmal? Okay. Oh Gott, Chet, schaut mal her. Willst du meine Gewinn im Vergleich? Will ich meine Gewinn im Vergleich? Nein! Noa, Old Long say ja sowas. Will ich meine Dings im Vergleich? Ich wäre gerne nicht mehr hier. Ich wäre gerne in Deutschland. Oder im Schwimmbad. Was mache ich hier? Das ist scheiße. Das ist scheiße, das ist immer noch. Okay. Anderes, andere Stockwerk oder rauf oder runter? Runter. Runter? Okay. Wir machen noch in 10 Minuten. Aber hier ist zu jetzt auf einmal. Nee, aber die 10 Minuten zu. Ja, und du darf jetzt? Die hat sich doch bewegt. Ah. Okay. Ah. Oh, warte mal hier. Danke, danke, danke. Reto Michael, danke für sieben Monate. Vielen Dank und nochmal Reiskick. Vielen Dank für 10, für 30 Euro. Vielen Dank. Ich bedanke mich am Ende nochmal für alles. So. Chat. Ich lasse euch fallen. Uh. Hehehe. 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 Nein, ich lasse euch nicht fallen. Ich würde euch immer auffangen. So. Ähm. Hoppala. Die machen aber bestimmt dann alle um 12. Okay. Äh. Die machen alle um 12. Ist schon 12? Ja. Die machen, hä. Die machen überall zu. Aber wir müssen noch. Aber wir müssen noch. Äh. Aber wir müssen noch. Äh. Wir können keine. Das sind die Pommes da drüben? Die Pommes haben zu. Scheiße. Wir müssen noch. Wir müssen noch. Hallo. Ich hab doch noch 300 Yen. Ja. Ist doch noch...